Hallo und herzlich willkommen hier bei dem Projekt Keine Hand breit Wasser zur zweiten Podiumsdiskussion. Schön, dass Sie es alle geschafft haben. Mein Name ist Simon Scheider, ich bin Ihr Moderator der heutigen Podiumsdiskussion. Vorab mal ganz kurz würde ich mich gerne erstmal ganz kurz bedanken, beim Architekturbüro Hülstedt & Hallegger, dafür, dass Sie dieses Projekt auf die Beine gestellt haben. Dann würde ich mich gerne bedanken bei Ilka Leukefeld, hier vorne, die die Projektleitung übernommen hat und das Projekt durchführt. Und genau, würde Sie bitten, noch die Handys auszuschalten, damit wir gleich nicht gestört werden. Ich vergesse es auch immer, ich habe meins schon sicherheitshalber darüber gelegt. Das ist vielleicht auch noch eine gute Idee, genau an unsere Rednerinnen und Redner und geladenen Gäste heute mit den Mikrofonen. Ist das so eine Sache? Ich sage immer, am besten das Mikrofon aufessen. Ganz so ist es natürlich nicht gemeint, aber lieber zu nah als zu weit weg vom Mikro. Die Techniker können das dann runterregeln bei Bedarf, aber umgekehrt die Empfindlichkeit hochstellen, ist ein bisschen schwierig. Dann gibt es Rückkopplungen, das wollen wir ja nicht. Vor allem für die Live-Übertragung. Super, alles klar. Das heutige Thema ist die globale politische Ökonomie der Wasserknappheit. Das ist der Titel. Da fragen sich jetzt sicherlich einige so, okay, und was soll das jetzt heißen? Glücklicherweise kann ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich selber studiere globale politische Ökonomie und Entwicklung an der Universität Kassel und bin abgesehen davon interessiert an Sprachen. Ich reise gerne. Ich habe viele Länder schon bereist, auch außerhalb Europas. Mich mit dem Thema Wasserknappheit dabei natürlich auch auseinandergesetzt und bin damit in Kontakt gekommen. Bin selbst vom Bodensee ursprünglich aus Lindau, habe auch da viel mit Wasserpegeln schon zu tun gehabt. Und ich erinnere mich nach wie vor an den Dürresommer 2003, als der Bodenseespiegel so tief war, dass ich plötzlich zu Fuß auf die Lindauer Insel laufen konnte. Genau, ich bin daher auch politisch geworden durchaus über diese Frage und freue mich heute dieses Podium moderieren zu dürfen. Ich möchte ganz kurz vorab noch abklären, wie das heute abläuft. Wir haben die erste Stunde, in der werden wir ein bisschen mehr Input haben seitens der geladenen Podiumsgäste zu den verschiedenen Themen, die ich anmoderieren werde. Und in der zweiten Hälfte werden wir dann Sie aktiv mit einbeziehen und bitten Sie auch schon jetzt während der ersten Hälfte gerne auf Ihren kleinen Karton zu schauen, den Sie auf Ihrem Schoß haben. Sie haben da einmal einen Fragenzettel, sogar zwei teilweise. Da können Sie gerne Fragen niederschreiben und dort hinten dann in der Pause an die Pinnwand mit den Fragen kleben. Wir werden es dann aufgreifen und diskutieren. Der andere Zettel, der Gedankenzettel, ist so ein bisschen einfach freier und allgemeiner. Da können Sie einfach, was Ihnen so in den Kopf schießt, gerade wenn Sie irgendwelche Gedanken haben, wenn Sie das irgendwie bewegt, anregt, können Sie da einfach Ihre Gedanken niederschreiben und auch dort hinten an der entsprechenden Pinnwand befestigen. Und das Podiumsteam und Ilka Leukefeld werden sich dann auch damit auseinandersetzen und auch im Nachhinein wird das Team noch ein bisschen schauen, was wir damit machen und inwiefern werden wir das auch vielleicht einfließen lassen in die Kunstinstallation und in das Projekt im Allgemeinen. Deswegen fühlen Sie sich frei und dann beginnen wir mal mit dem inhaltlichen Teil. Die Verbindung zwischen Wasserknappheit und politischer Ökonomie. Wie gesagt, was ist das eigentlich? Ich möchte betonen, das wurde, glaube ich, auch beim letzten Mal, beim letzten Podium schon etwas diskutiert, Wasserknappheit ist ein Symptom für ein Problem. Das aussetzt sich auf der physischen Ebene. Aber die Ursache sind selbstverständlich irgendwo im weitesten Sinne wir, unsere Gesellschaft, unsere gesellschaftliche Ordnung. Das wirft die Frage auf nach dem Warum. Warum gehen wir so mit der Natur um? Warum manipulieren wir den natürlichen Wasserkreislauf, den es auf unserer Welt gibt, auf eine Art und Weise, dass es am Ende dazu führt, dass wir Dürren und auch Wasserknappheit haben. Wir nehmen zu viel Wasser an bestimmten Stellen aus dem Kreislauf und zerstören auf der anderen Seite natürliche Wasserspeicher. Das sind zwei naheliegende Antworten, die wir auch noch diskutieren werden nachher im Verlauf des Podiums. Aber die Frage bleibt natürlich nach dem Warum eigentlich. Ich meine, eigentlich haben wir kein Interesse daran, also aus unserer regionalen Perspektive hier vor Ort. Und an der Stelle kann die politische Ökonomie uns Antworten geben, die untersucht, auf welche Art und Weise wir wirtschaften. Nach welchen Normen, nach welchen Regeln, nach welchen Institutionen. Und die Frage dabei ist natürlich ein bisschen, wer bestimmt das? Also wie sind die Machtverhältnisse? Wer hat ein Interesse daran, dass irgendwie auf eine gewisse Art und Weise produziert und konsumiert wird und dass auf diese Art und Weise dann auch mit dem Wasser umgegangen wird? So, das bringt uns zum ersten Thema und zu unserem ersten Podiumsgast heute. Und zwar Odinaka Ucheokolo. Odinaka studiert auch globale politische Ökonomie und Entwicklung an der Universität Kassel. Odinaka kommt aus Nigeria und beschäftigt sich dort vor allem mit Fragen von wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch von ausländischen Einmischungen und Machtmissbrauch und so weiter. Und mit Bezug auf Wasser ist hier vor allem ein Thema ganz spannend, nämlich inwiefern multinationale Großkonzerne letzten Endes mit Wasser umgehen und es ihnen auch ein bisschen egal ist, wie sie mit dem Wasser umgehen. Und Odinaka wird vor allem darüber sprechen, wie der Shell-Konzern in den 1990er Jahren, aber auch in den frühen 2000er Jahren, dort im großen Stil Wasserknappheiten erzeugt hat, durch Wasserverunreinigung. Und inwiefern da dann die anderen beiden großen Machtblöcke in der Gesellschaft, nämlich der Staat und die Zivilgesellschaft, letzten Endes sich verhalten haben und inwiefern das auch vielleicht ein bisschen charakteristisch ist für die Probleme, die wir auch hierzulande mit Wasserknappheit haben. Odinaka wird auf Englisch sprechen, weil er erst seit zwei Jahren in Deutschland ist und zwar schon etwas Deutsch spricht, aber für einen Vortrag ist es dann noch ein bisschen zu wenig. Allerdings wird Justus Halleger, der zweite Podiumsredner, ihn quasi immer wieder in Abschnitten übersetzen auf Deutsch, so dass wir alle verstehen, was er sagt. Und damit würde ich jetzt das Wort an Odi weitergeben. Odi, bist du bereit? Ganz kurz eine Frage, die gestellt wurde an dieser Stelle, war im letzten Podium und ich denke Odi wird diese Frage auch aufgreifen. Wir sollten die Bedingungen und damit auch die Ursachen genau betrachten, unter denen die Mächtigen ihre Macht gewinnen. Also zwar eine Anmerkung und ich denke, darüber wird Odi heute auch sprechen. Danke. Guten Tag, mein Name ist Odinaka, wie Simon gesagt hat. Und heute will ich mich auf den Räumen der Akteure in den Klimaschutzkrankheiten, wie die Multinationale einen Räumen in der Wasserstoffkrankheit verursachen. Also er wird sich letztendlich die Akteure, die beteiligt sind, angucken und inwiefern multinationale Konzerne auch an der Kreierung von Wasserknappheit beteiligt sind. Und um das zu tun, werde ich eine Kategorie von meinem Land schauen, in der Süd-South-Nigeriein, die Ogoni-Werste und die Ogoni-Werste und wie die Schale-Kompanie kam und sie von ihren Wasserressourcen verursachen. Dazu würde sich ein Fallbeispiel aus dem Süden Nigerias angucken, genauer gesagt, es geht es dabei um den Ogoni-Stamm und inwiefern sie von Shell, vom Ölkonzern Shell, von ihren Ländereien vertrieben worden sind, damit Shell dort an Wasser kommt. Bevor ich die Details gehe, würde ich eine Description der Ogoni-Werste und wer sie sind. Die Ogoni-Werste sind in der Süd-South-Nigeriein und sie sind gut mit Wasserressourcen und sie sind sehr bekannt, dass sie Fischer-Werste und Fischer-Werste sind. Die Ogonis sind zu Hause sehr weit im Süden von Nigeria und sind mit reichen Wasserressourcen gesegnet und sind ursprünglich auch ein Stamm von Fischern. However, in the early 1990s, Shell came into their, they found oil in their settlements and started exploring and digging for oil and started oil exploration in their settlements. And this community was faced with the problem of water pollution and they started to share with the cooperation of the governments, started digging for oil in their community and this led to a lot of underground water pollution. In den frühen 90ern hat Shell Öl unter den Dörfern der Ogoni entdeckt und hat relativ schnell auch Mithilfe und mit Erlaubnis der Regierung angefangen dort zu bohren, was letztendlich zu einer starken Unterwasser-Wasserverschmutzung der Grundwasserreserven der Ogoni geführt hat. In 2012, the continuous exploration by Shell created a water emergency and this led to the water being undrinkable. They couldn't drink the water from their natural resources and the government decided to create a plan where they rationed the water and gave the water to the community to help them solve this water emergency that they were facing then. 2012 kam es dabei zu einem Wassernotstand, bei dem das Grundwasser, also die natürlichen Trinkwasserquellen unnutzbar geworden sind und die Regierung hat letztendlich einen Plan ausgearbeitet, nachdem das Trinkwasser rationiert wurde und dann an die Leute, also an die Ogoni wieder verteilt wurde. However, this rationing couldn't actually help them and the water was still insufficient for them to carry out their basic needs and to do their normal activities. Allerdings haben diese Wasserrationen bei weitem nicht ausgereicht, um sowohl als Trinkwasser als auch als Nutzwasser für Waschen, Kochen etc. verwendet zu werden. The Ogoni people who are well known to have water resources, then joined the already existing markets of water, like the already existing water market. so they had to try and buy water from the market that was already existing, when they are known for having lots of water resources. Um das zu kompensieren, also um diesen Notstand zu kompensieren, mussten The Ogoni letztendlich anfangen, Wasser nachzukaufen, im freien Markt Wasser zu kaufen, obwohl sie eigentlich dafür bekannt sind, dass sie sehr reiche Wasserressourcen haben. A good example is like you see air that is free for everyone and you decide to trap air and say, okay, come and buy, this is air that we are selling to you when you are blessed with air in essence actually. Es ist letztendlich wie als müsste man die Luft, die eigentlich frei zugänglich ist, abgefüllt in Flaschen oder Dosen einkaufen. So the emergence of water markets wasn't enough, but enough to dispossess the Ogoni people. However, with the introduction of oil exploration, this further aggravated the need for them to have better water resources and join the actually existing water market that was then in the whole country of the region. So this led to a law of Oprah and there was an environmentalist known by Ken Saro-Wiwa and he led the first major protest against the exploitation by Shell in the community. He led 300.000 people to revolt against the government and unfortunately this led to his arrest and his execution in 1995. The whole thing led to that it led to a public protest and it led to an activist named Ken Saro-Wiwa and he gathered 3.000 people behind himself. He demonstrated what led to that Ken Saro-Wiwa in his execution statement stated that this was an ecological warfare between his people and Shell with collaboration with the government. This was his statement before he got executed, that this warfare is a warfare between his people Ogoni and the help of the government and the multinational cooperation which is Shell helped dispossess them of their natural resources which is water. The statement that Ken Saro-Wiwa gave for his execution was about that it was about an ecological war between the government and the government and the government and the people of Ogoni and that Shell and that Shell could only reach where they were and that Ogoni could only reach their water resources because they had the support of the Nigerian government. To conclude it is very important to note that there are two major factors that led to the water scarcity in the Ogoni Kingdom which are namely water privatization and water pollution actually. It is also very important to know that this was possible to happen. It was possible for this to happen because there was a cooperation between the government and the multinationals who seize the water resources away from the indigenes of Ogoni Kingdom. Thank you. It was only because there was a cooperation between the government and the multinational companies who took their water away from Ogoni. Thank you. Thank you very much, Odi. Thank you, Odi. Ich bin sehr froh, dass diese Themen jetzt angesprochen wurden, weil sie weisen auf etwas hin, was uns auch jetzt im weiteren Podium noch begleiten wird, nämlich der Fakt, der Umstand von im Konflikt stehenden Interessen. Das ist auf jeden Fall politisch, deswegen auch politische Ökonomie. Es ist aber eben auch, wie wir gerade gemerkt haben, verbunden mit wirtschaftlichen Interessen, mit Profitinteressen. Wir wissen, dass nicht nur die Agrarindustrie, aber auch die Textilindustrie, die petrochemische Industrie, der Bergbau, alle brauchen Wasser, alle haben ein Interesse an Wasser. Und die Frage ist eben, wie regeln wir die Verteilung und den Zugang vom Wasser? Und das ist eine hochpolitische Frage. Und die Frage, ob Wasser privat ist oder ein öffentliches Gut, ist sehr, sehr zentral. Und die Frage, wie wir das Ganze aber auch ansprechen und wie wir etwas dagegen tun, ist ebenso wichtig. Weil wir hatten es gerade auch schon vorab in kleinen Gesprächen. Es bringt wenig, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und sagen, ja, die Struktur, das große Ganze ist einfach schlecht und wir können alle gar nichts dagegen tun. Großkonzerne machen eh, was sie wollen. Ja, tun sie ein Stück weit. Aber was man gesehen hat, vor allem in den vergangenen ein, zwei Jahren mit dem Aufstieg von Fridays for Future als einer Bewegung ist, dass die Zivilgesellschaft doch auch erheblichen Einfluss auf die Politik und damit dann auch wieder auf die politische Ökonomie nehmen kann und auf die Art und Weise, wie Großkonzerne zum Beispiel reguliert werden. Wir werden bestimmt auch noch diskutieren ein wenig, inwiefern wir in unserer Rolle als Konsumentinnen und Konsumenten auch wirklich nachhaltig etwas verändern können. Aber wir fokussieren uns heute ein bisschen mehr auf die Rolle der Zivilgesellschaft. Und an der Stelle ist natürlich auch ganz wichtig zu fragen, wie erreichen wir diejenigen, die dieses Problem entweder nicht sehen wollen oder wirklich noch nie was davon gehört haben oder einfach nicht so für dieses Problem sensibilisiert sind. So wie beherrschen wir auch ein Stück weit oder wie arbeiten wir ein Stück weit mit dem Diskurs, dem Gesellschaftlichen in Medien, an Universitäten und auch in solchen Formaten wie diesem hier. Und dazu wird uns jetzt Justus ein bisschen was erzählen. Justus Halliger studiert ebenfalls globale politische Ökonomie an der Universität Kassel im Master. Und er beschäftigt sich im Rahmen auch seiner Masterarbeit mit der Frage von letzten Endes Umweltschutz, aber auch der Frage, wie Institutionen beim Umweltschutz eine Rolle spielen. Ich denke, du wirst dich gleich selber noch ein kleines bisschen mehr vorstellen. Aber wie gesagt, die große Frage ist eben, wie stellen wir eine persönliche Ebene her? Wie bringen wir dieses Thema ein bisschen weg von dem rein intellektuellen, medialen Ding hin auf die persönliche Erfahrungsebene vor Ort? Und wie schaffen wir ein öffentliches Bewusstsein und eine Zivilgesellschaft, die dafür einsteht? Super. Danke. Ja, hallo. Ich bin Justus Halliger. Simon hat ja gerade schon ein bisschen dazu gesagt, was ich mache. Normalerweise beschäftige ich mich eher mit den Akteuren des Welthandels. Aber letztendlich sind die Mechanismen, um die es am Ende geht. Nämlich, wie kriegen wir Akteurinnen und Akteure eingebunden? Wie kriegen wir sie dazu, gewisse Dinge zu tun, die aus unserer Sicht richtig sind? Bleibt die gleiche. Und in die Richtung ging auch eine Frage, die im letzten Podium aufkam, die an mich weitergegeben wurde. Nämlich, genau, wie erreiche ich all diejenigen, die kein Problem sehen oder die davon nicht erfahren? Und ich würde diese Frage in zwei Teile teilen. Der erste ist der zweite Teil. Wie erreiche ich diejenigen, die nicht davon erfahren? Und ich denke, das ist der deutlich einfacher zu beantwortende Teil. Denn da kann man sagen, wir müssen mit den Leuten reden. Wir müssen das Ganze in den gesellschaftlichen Diskurs hineintragen und wir müssen Aufmerksamkeit schaffen. Das Ganze muss natürlich immer auf Augenhöhe passieren, weil niemand ist daran schuld, dass er oder sie noch nicht von dem Problem gehört hat. Das ist eher dann ein gesellschaftliches Problem, dass darüber nicht genug gesprochen wird. Aber ich denke, das ist ein Problem, das sich relativ mit einfachen Mitteln lösen lässt und vor allem mit Mitteln, die wir an der Hand haben. Der Knackpunkt, und ich denke, das ist auch, wenn ich die Vorgespräche richtig gedeutet habe, etwas, was uns im weiteren Verlauf des Podiums noch beschäftigen wird, ist eher der erste Teil der Frage. Wie erreiche ich die Leute, die bisher nicht wollen, die das Problem nicht sehen wollen? Die weiterhin sagen, nee, nee, Klimawandel, das gibt's gar nicht. Und Wasserknappheit, wieso? Wenn ich den Hahn aufmache, kommt ja was raus. Und ich denke, oder anders, ich werde darüber reden, dass die Möglichkeit, die ich sehe, eher auf oder an vielen Stellen auf der persönlichen Ebene liegt. Weil es geht immer darum, dass die Leute einen Bezug schaffen müssen. Wenn man sich das Mansfelder Land anguckt, da haben wir statt Dürre eher das Problem von großen Überschwemmungen, von Starkregen. Wenn man an die Ostsee guckt, da sind die momentanen Klima-Hochrechnungen, also wie wird das Klima wahrscheinlich sein, sagen auch eher, es wird nass und es wird kalt. Das ist da oben zwar immer schon so gewesen, aber es wird noch nasser und noch kälter. Und diese Leute werden natürlich sagen, wieso Wasserknappheit? Wir haben viel zu viel davon. Auch jetzt gerade aus aktuellen Beispielen in Westdeutschland. Das Problem ist an vielen Stellen eher zu viel Wasser. Wie kriegen wir die Leute dann sensibilisiert, dass sie auch sagen, ich sehe auch die anderen Probleme. Und ich denke, da muss der erste Schritt immer sein, dass wir als Menschen, die jemand anderen kennen, die mit diesen Menschen in sozialen Beziehungen stehen, denn irgendwo sind wir Menschen, soziale Wesen, dass wir sagen, hey, pass auf, bei mir zu Hause gibt es das Problem. Ich habe das Problem, wenn ich im Sommer, und es ist ein heißer Sommer, den Wasserhand aufmachen will, dann darf ich das Wasser nicht trinken, weil dann ist da zu viel Salz drin, da ist zu viel Nitrat drin. Das Problem habe ich bei mir zu Hause und auf einmal stellen wir eine Beziehung her. Auf einmal haben die Leute eine Beziehung, weil sie eine Beziehung zu mir haben. Diese Beziehung reflektiert auf das Problem. Auf einmal ist es nicht mehr, ja, ja, irgendwo da ist das Wasser knapp, sondern bei meinem Freund Justus zu Hause, da kann das Wasser knapp werden. Der kann im Sommer nicht mehr aus dem Wasserhand trinken. Das betrifft mich zwar nicht persönlich, aber es betrifft jemanden, der mir wichtig ist. Und ich denke, über diese persönliche Ebene ist es viel leichter, Leute einzufangen. Es ist viel leichter, Leute einzufangen, das ist jetzt ein gemeines Wort, aber es ist viel leichter, die Leute abzuholen, das ist vielleicht das schönere Wort. Und wenn wir die Leute auf dieser Ebene abholen können, dann können wir in einem zweiten Schritt auch sagen, jetzt fangen wir mal an, jetzt gehen wir über die Medien, jetzt gehen wir über Funk und Fernsehen, jetzt gehen wir über die Zeitungen, weil dann ist es auf einmal nicht nur die Sprecherin der Tagesschau, die sagt, in Stadt XY herrscht Dürre oder in Stadt XY herrscht Überschwemmung, sondern auf einmal kann ich sagen, stimmt, da hat mir schon mal jemand von erzählt. Das ist ja genau wie bei meinem Freund zu Hause, wie bei meiner Freundin zu Hause. Und auf einmal ist der Bezug da und sobald der Bezug da ist, sind Leute eher bereit, auch Dinge anzunehmen und darüber nachzudenken. Weil auf einmal ist es nichts Abstraktes mehr, sondern auf einmal ist es greifbar geworden. Es ist greifbar geworden über Freunde, die ich vielleicht habe, über soziale Kontakte, die ich habe und die ich pflege und denen ich gerne glauben möchte. Und damit denke ich, kann man eine ganz große Zahl an Menschen abholen. Es wird immer diejenigen geben, die wir nicht erreichen können. Das sind diejenigen, die, wie wir gerade eben schon gehört haben, vielleicht wirtschaftliche Interessen haben. Das sind diejenigen, die meinetwegen für Shell arbeiten und sich sagen, warum soll ich aufhören zu bohren? Ich verdiene da gerade ganz gut dran. Oder das sind die Leute, die vielleicht in der Politik sitzen und gerade in Lüneburg die weitere Bohrrechte an Coca-Cola abgegeben haben, damit noch mehr Grundwasser abgezapft und als Vio an die Leute zurückverkauft werden darf. Natürlich werden wir diese Leute nicht erreichen. Was heißt natürlich, aber wahrscheinlich werden wir diese Leute nicht erreichen. Aber das müssen wir auch nicht, weil das ist eine ganz krasse Minderheit und wir sind die krasse Mehrheit. Und ich denke, für jede Person, die sich sagt, naja, also ich bin mir ja nicht so ganz sicher, gibt es zwei, die sagen, ich bin mir ziemlich sicher und ich möchte was daran ändern. Wenn diese zwei Leute sich hinsetzen und sagen, hey, pass auf, so und so ist es, dann schaffen wir es relativ schnell das Wissen um Wasserknappheit und um die Auswirkungen des Klimawandels und der Klimakatastrophe, die wir momentan erleben und die meine Generation in Zukunft noch deutlich stärker erleben wird. Dieses Wissen können wir dann quasi in den Common Sense übertragen, dass es letztendlich nicht mehr jedes Mal diskutiert werden muss, weil jeder irgendwo schon mal gesehen hat, was kann passieren, wie sieht es aus. Und wenn wir das geschafft haben, wenn es im Common Sense ist, dann ist es für diejenigen, die aus was auch immer was für Interessen versuchen, diese Ideen einzuschränken, diese Ideen klein zu halten. Viel, viel schwerer, das in der breiten Gesellschaft durchzusetzen und es ist viel, viel einfacher, einen positiven Beitrag zum Klima durchzusetzen, positive klimafreundliche Politik durchzusetzen und vielleicht auch eine Wirtschaftsordnung zu schaffen, in der es leichter ist, solche Politik zu machen, in der es leichter ist, sich klimafreundlich zu verhalten. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank Justus. Wir sind jetzt schon genau eben bei diesem Thema, wie schaffen wir diese Atmosphäre, diesen Diskurs, diese Grundvoraussetzungen, weil wie Justus eben gerade schon betont hat und ich will das auch gerne nochmal wiederholen, es ist sehr, sehr wichtig, wie eben diese Stimmung, die Atmosphäre in der Bevölkerung ist, weil letzten Endes haben wir es auch schon davor gesehen, Politik ist auch immer nur ein Produkt aus verschiedenen Interessen, die auf sie einwirkt und deshalb ist die essentielle Frage, wie organisieren wir uns, wie schaffen wir es letzten Endes, Menschen zusammenzubringen, wenn auch mit unterschiedlichen Interessen und wie schaffen wir es, dass alle an einem Strang ziehen, wie schaffen wir ein kritisches Bewusstsein und die Frage ist natürlich auch, was fordern wir und deshalb freue ich mich ganz, ganz arg, heute auch Janine Tabea Schach und Luca Hilscher hier zu begrüßen. Die beiden haben in den Jahren 2019 und 2020 in Halberstadt die Ortsgruppe Fridays for Future im Endeffekt gegründet, oder? Habe ich das richtig verstanden? Auch? Ein Applaus dafür schon mal. Waren bei Fridays for Future aktiv, sind nach wie vor aktiv, gehe ich mal schwer davon aus. Studieren allerdings inzwischen beide, sind woanders hingezogen. Janine studiert Jura in Jena und Luca ist inzwischen Studiengang Klimaschutz und Klimawandel an der Hochschule in Bingen am Rhein. Eine Frage, die gestellt wurde beim vergangenen Podium und ich glaube, ihr zwei könnt da bestimmt gleich auch noch ein bisschen kritisch das diskutieren. Eine Frage, die gestellt wurde, war, wieso führen wir zum Beispiel nicht eine Art Wasserspartag ein? Und klingt ja erstmal super. Ich bin gespannt, was ihr gleich dazu noch sagen werdet. Von meiner Seite sei nur kurz nochmal eben angemerkt, die interessante Frage, inwiefern ergibt es Sinn, wenn wir ein bisschen immer auf die Einzelkonsumentin oder den Einzelkonsument abzielen und dort ein bisschen mit der Moralkeule schwingen und sagen, kauft mehr Bio, spart euer Wasser aus dem Hahn und so weiter. Natürlich ist es wichtig, dass jeder etwas für sich tut, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet, inwiefern das denn auch was am großen Ganzen dreht, wo das ganze Wasser denn eigentlich verbraucht wird und inwiefern es Sinn ergibt zum Beispiel einen Wasserspartag anzuführen oder was man anstatt dessen auch machen könnte. Vielen Dank und das Stage ist yours. Ja, also die Ortsgruppe Fridays for Future gegründet würde ich jetzt nicht sagen, weil wir haben tatsächlich keine Gruppe wirklich gegründet, sondern unsere eigenen Demonstrationen organisiert und damit haben wir wirklich tolle Erfahrungen gemacht, weil wir beide sind ein wenig verpeilt. Und am Anfang war es halt auch schwierig, überhaupt erstmal in diese Planung einzusteigen, weil man natürlich am Anfang erstmal so da stand, okay, wir wollen jetzt eine Demonstration irgendwie organisieren und erstmal Leute zusammenfinden und das schien erstmal wie eine sehr große Aufgabe, wo wir nicht ganz wussten, wie wir die angehen sollen, aber da haben wir sehr viel Unterstützung dann erhalten, sei es von der Schule aus gewesen oder von unserem sozialen Umfeld aus und auch vom Ordnungsamt oder Polizei wurden wir dann da, haben wir uns dann nachgefragt, was wir tun müssen, wie wir das denn überhaupt angehen können und da wurden wir dann tatkräftig unterstützt und haben das dann mehr oder weniger planvoll hinbekommen. Aber ja, mehr oder weniger, das war jetzt schon angesprochen, das Schöne ist halt, man macht Fehler, aber man kann daraus lernen und keine einzige unserer Aktion ist wirklich komplett schief gelaufen, sondern wir haben immer Erfolge daraus gezogen. Bei unserer letzten Demonstration in Halberstadt, bei Fridays for Future, haben wir tatsächlich erreicht, dass uns der Bürgermeister von Halberstadt oder der jetzige Bürgermeister, Herr Zachrater eingeladen hat, damit wir mit ihm darüber sprechen können, wie man Halberstadt grüner gestalten kann, also nachhaltiger. Und das können natürlich wir nicht alles wissen, wir sind nur 20, aber wir haben uns mit anderen Leuten unterhalten, mit Vereinen, mit Gruppierungen, wie man das machen kann, wie man das tatsächlich an den Mann bringen kann, weil natürlich eine einzelne Person ist nicht machtlos, aber sie ... ... ihre Möglichkeiten auch einfach eingeschränkt irgendwo, was man halt als Individuum erreichen kann. Deswegen ist es halt natürlich sehr sinnvoll, sich als Gruppe zu organisieren und auch Forderungen auszuarbeiten. Deswegen haben wir uns auch Hilfe gesucht, auch von fachkundigeren Leuten, weil wir kamen nun frisch aus der Schule und hatten natürlich nicht das Wissen, was ein Studium mit sich bringen würde und haben dann nachgeguckt, was wäre denn sinnvoll, was ist umsetzbar, was ist realistisch und konnten einen Forderungenkatalog aufstellen. Den haben wir auch weitergeleitet und wir haben die Möglichkeit zugesichert bekommen und das ist eigentlich dieser schöne Erfolg. Es hören einem Menschen zu und man wird ernst genommen mit seinen Forderungen auch in unseren jungen Jahren und haben halt dieses Treffen zugesichert bekommen. Das wurde bisher leider noch verschoben durch die Corona-Pandemie. Allerdings sind wir da im E-Mail-Verkehr dran, das durchzusetzen. Das ist nicht auf nie, es wird nicht passieren, vertagt, sondern es wird passieren. Und jetzt können wir auch gleich zu der Frage kommen, wie sinnvoll ein Wasserspartag ist, weil tatsächlich ist es in meinem oder in unserer Meinung gar nicht so sinnvoll, einen Wasserspartag für die einzelne Bevölkerung einzuführen, weil letztendlich das Wasser, was im Haushalt verbraucht wird, ist mit der Größe unserer Rohre in Deutschland abgestimmt. Das muss Wasser verbraucht werden, wir entnehmen es nicht komplett dem Wasserkreislauf, sondern führen es immer mehr zurück. Deswegen sollte man anstelle von Wasserspartagen einmal im Monat oder so einfach darauf achten, wie man sein Wasser verbraucht. Und das kann jeder Einzelne machen. Dass man nicht so viel warmes Wasser verbraucht, weil das ist Energieverschwendung. Dass man darauf achtet, was man ins Wasser einleitet. Mit Medikamenten und mit Plastikabfällen oder so, ja. Pulsmittel etc. Was man halt selber für sich in seinem Alltag verwendet. Da ist halt viel eher der Fokus darauf, wie man Wasser behandelt, beziehungsweise wo Wasser eigentlich ist, was man nicht sieht. Also dieses virtuelle Wasser. Und das kann man nicht mit Wasserspartagen erreichen, sondern das muss tatsächlich dann auch von oben, von der Politik, von den Konzernen mitgetragen werden. Aber wir als kleine Personen können es fordern und wir können auch was erreichen. Und das ist halt unsere persönliche Erfahrung, dass wir Menschen erreicht haben, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie uns zuhören. Dass wir die wunderbare Erfahrung haben, dass Leute hinter uns stehen, wie viele Menschen für diesen Planeten kämpfen wollen. Und man sieht es am Harz, er ist nicht verloren. Der Harz ist auch wieder im Kommen. Die kleinen Bäume, die nachkommen mit dem Laub, dass es keine Monokultur mehr ist. Solange man solche kleinen Projekte sieht und tatsächlich sieht, wie sie aufblühen, ist es unglaublich schön und auf jeden Fall schützenswert. Auch von jedem Einzelnen. Aber natürlich auch von der Politik. Aber die Politik können wir jetzt nicht aktiv so verändern. Wir können aber global denken und lokal handeln. Und diese Verantwortung hat jeder Einzelne. Wir können Forderungen stellen, wir können uns selbst informieren und wir können auch Informationen weitertragen. Das ist wirklich dieser Knackpunkt, dass man auch seine Mitmenschen informiert und einfach darüber redet. Dass man es in seinem persönlichen Leben anwendet, einfach wirklich andere Menschen erreicht, weil dadurch um Probleme überhaupt die Aufmerksamkeit darauf lenkt. Und zwar nicht nur in Politik. Natürlich auch. Und natürlich auch Forderungen an Unternehmen etc. stellt. Aber auch einfach in seinem sozialen Umfeld viel erreicht. Menschen haben uns zugehört und Leute aus unserer Schule, die wir eigentlich aus unserem täglichen Leben kannten, sind aber gekommen und haben gesagt, okay, wir hören euch mal zu und wir lernen was daraus. Und wir haben extra dafür gesorgt, dass unsere Demonstration nach der Schulzeit stattgefunden haben, um diesen Vorwurf rauszunehmen, dass wir halt einfach nur Schule schwänzen wollen würden. Und deswegen, unsere Menschen haben uns zugehört, haben sich engagiert und haben nachgefragt, was sie denn machen können. Und tatsächlich gibt es auch immer noch kleinere Projekte, die jetzt von anderen Leuten in Schulen weitergetragen werden. Und das ist einfach schön zu sehen, dass man auch so etwas erreichen kann. Jeder Einzelne. Vielen, vielen Dank für eure Erfahrungen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr noch im weiteren Verlauf, im zweiten Teil vor allem noch zu erzählen habt. Wir sind jetzt, wir gemerkt haben, immer mehr auf die kleinere Ebene gekommen und werden jetzt mal ganz konkret und stellen uns jetzt mal wirklich der Frage, wie genau können wir eigentlich den Wasserkreislauf wieder widerstandsfähiger machen. Ich habe mich da rudimentär mit meiner Schwester darüber unterhalten, die Klimawissenschaften in Nürnberg studiert, Nürnberg-Erlangen. Und sie hat gemeint, im Endeffekt kein Gewehr, aber im Endeffekt haben wir eigentlich zwei Wasserspeicher, zwei große in unserer hiesigen Biosphäre in Deutschland. Das eine sind Wälder, das andere sind Feuchtgebiete und Moore. Und natürlich können wir jetzt nicht einfach sagen, wir wollen ganz Deutschland jetzt wieder bewalten und komplett wieder alle Moore wiederherstellen. Alles können wir wahrscheinlich nicht wiederherstellen. Inzwischen leben in diesem Land 82 Millionen Menschen. Aber den Raum, den wir nutzen, müssen wir natürlich vielleicht ein bisschen bewusster nutzen. Und das ist zum einen natürlich die Landwirtschaft, die unser Land weiterhin nutzen wird. Da war im vergangenen Podium bereits jemand da, der über Permakultur und ökologischen Landbau gesprochen hat. Das ist natürlich der eine große Punkt, den werden wir heute aber nicht ansprechen. Heute geht es uns ein bisschen mehr um das Thema Wald und um die Renaturierung dieses natürlichen Wasserspeichers, der Wald und aber auch Feuchtgebiete wie das große Bruch zum Beispiel. Da kommen wir gleich auch noch dazu. Aber zuerst freue ich mich erstmal ganz arg, Frau Prof. Dr. Andrea Heilmann hier zu haben. Und auch Herr Oliver Wendenkampf, zwei, will ich mal sagen, Praktikerinnen, Praktiker auf diesem Gebiet. Und zuerst an Frau Prof. Dr. Andrea Heilmann die Frage, inwieweit wird die Forst mit einbezogen? Das war ein wenig eine Frage, die beim letzten Podium aufkam. Inwieweit gibt es wirksame Strategien, um Forst, Kommune, Bevölkerung, Landwirtschaft, Naturschutz, Politik und alle mit einzubeziehen? Wir sehen wieder, es geht um verschiedene Interessen, die auch mal im Konflikt stehen. Aber die Frage, wie bringen wir sie zusammen und wie können wir am Ende etwas Gemeinsames schaffen? Ganz kurz noch zur Person. Frau Prof. Dr. Andrea Heilmann ist Professorin an der Hochschule Harz in Wernigerode. Sie forscht vor allem zum Thema Bodenerosionsminderung in bergigen Regionen, am Beispiel des Landkreises Mansfeld-Südharz. Und ich bin sehr gespannt, was Sie da von Ihrer Arbeit berichten können. Ja, also vielen Dank erstmal an Frau Lockefeld für die Einladung. Sie haben mich ja überredet, weil ich gesagt habe, im Bereich Dürre bin ich gar keine Expertin. Aber sie hat gesagt, kommen Sie trotzdem, Sie können bestimmt auch etwas beitragen. Also vielen Dank für die Einladung. Auch deshalb, weil ich mich freue, dass die Hochschule, die in der Region ja ist und sich an wirklich vielen lokalen, regionalen Projekten beteiligen kann, beteiligen will, beteiligt hat, auch mit in diese Diskussion einbezogen wird. Vielleicht nochmal zu meiner Person, um das ein bisschen gerade zu rücken. Also mein Name würde richtig gesagt. Und ich bin für das Themengebiet Umweltmanagement, Umwelttechnik an der Hochschule berufen. Ich bin aber dort auch gleichzeitig sehr engagiert, dass die Hochschule an sich nachhaltig ist. Dass wir, wir haben ein Umweltmanagementsystem, wir versuchen unsere Umweltbelastung zu mindern und eigentlich unser Hauptziel ist das, was Sie auch schon sagen, alle Studierenden nachhaltiger zu machen. Also das Bewusstsein zu wecken, dass jeder in seinem späteren Berufsfeld auch aktiv ist. Also das betrifft unsere Tourismusstudierenden, das betrifft aber auch jeden, jeden Ingenieur und jede Ingenieurin zu sehen, wie hängen denn meine Aktivitäten mit der Nachhaltigkeit zusammen. Und das ist ein dickes Brett, das muss man sagen. Nicht jeder Kollege und Kollegin sagt, mein Themengebiet ist gut für Nachhaltigkeit, aber das ist eigentlich so unser Ziel, den wir uns darstellen. Und wir versuchen eben diese Verbindung in die Region durch eine ganze Reihe von Projekten auch voranzutreiben. Jetzt kommen wir zu dem Forschungsthema. Mein Gebiet ist eigentlich aktuell die nachhaltige Regionalentwicklung. Und in dem Zusammenhang haben wir uns beschäftigt mit der Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien in Kommunen. Das ist ein bisschen oben drüber. Und das begann 2010 im Landkreis Mannsfeld-Südharz. Vielleicht wissen Sie, dass es deutschlandweit eine deutsche Klimaanpassungsstrategie gibt. Es gibt eine Anpassungsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt. Aber die meisten Maßnahmen, die adressiert werden, müssen auf kommunaler und lokaler Ebene umgesetzt werden. Also es muss vor Ort gemeinsam an der Lösung dieser Herausforderung gearbeitet werden. Und es ist nicht nur die Dürre, die durch Klimawandel vielleicht verstärkt wird. Es sind eben auch, wie wir es jetzt aktuell gesehen haben, der Umgang mit Extremwetterereignissen, also Starkregenereignissen. Es ist aber auch der Umgang mit Hitzeereignissen. Also wenn es immer stärker wird in den Städten. Wie werden wir zukünftig bauen? Wie schützen wir ältere Bevölkerung oder vulnerable Bevölkerung? Es ist der Umgang sehr intensiv diskutiert mit invasiven Arten und den Krankheiten, die damit übertragen werden. Es ist der Waldumbau. Es sind eben eine große Reihe von Themenfeldern, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das war sozusagen der Ansatz, in einer Kommune, nämlich dem Landkreis Mansfeld-Südharz, mal zu analysieren, was sind denn überhaupt die Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und dabei eben auch die Daten zu nutzen, die schon zur Verfügung stehen, um diese Klimaprojektionen mal auf diese kommunale Ebene anzuwenden. Und in dem Zusammenhang wurden eben im Landkreis Mansfeld-Südharz, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber unglaublich zehn Themenfelder identifiziert, die dort von besonderem Interesse sind, an dem dort weitergearbeitet werden soll. Und diese Themenfelder wiederum, und jetzt sind wir endlich bei der Frage, die wurden dann eben in Arbeitsgruppen bearbeitet. Denn ich glaube, da sind sie mit mir einer Meinung, wenn verschiedene Gruppen, also die Landwirtschaft, der Naturschutz, die Verwaltung, die Bevölkerung an einem Tisch kommen und sagen, was ist denn die beste Lösung, dann kommen fünf unterschiedliche beste Lösungen raus. Und das muss man jetzt irgendwie zusammen verhandeln. Man muss gemeinsame Lösungen finden. Man muss die Maßnahmen vergleichend gegenüberstellen und dann sich überlegen, was wird die größte Akzeptanz haben. Und diesen Prozess auch zu begleiten, also die Daten auszuwerten, die es gibt, also es gibt auch sehr, sehr viele Daten, diese zusammenzubringen, auszuwerten, Maßnahmen zu konzipieren und dann eben auch zu vergleichen. Wir verwenden da die Methode der multikriteriellen Bewertung, die eben die Nachhaltigkeit mit berücksichtigt. Das war sozusagen das Ziel und das, denke ich, ist die Lösung. Man muss alle an einen Tisch bringen oder möglichst viele Akteure, die dann auch an der Umsetzung mitwirken sollen. Die muss man an einen Tisch bringen, damit sie Akzeptanz haben, dass es später dann auch weitergeht. Und das wird sicher auch hier diesen Themen-Dürre-Bereich betreffen. Also wir sind dort dann eben so vorangekommen, dass man sagt, aha, jetzt haben wir nochmal einen Bereich identifiziert und das war dann eben die Erosion in den bergigen Regionen. Und da kam es dann eben zu Maßnahmen, die durchaus durch die Landwirtschaft zu erbringen sind. Es gab aber auch bauliche Maßnahmen, die durch die Verwaltung zu erbringen sind. Und es gibt auch immer Maßnahmen, die durch die Bevölkerung zu erbringen sind. Also dieses Zusammenspiel wird meiner Meinung nach zu den besten Maßnahmen führen. Und weil wir jetzt schon, was können denn der Einzelne tun, mitwirken an diesem Aushandeln der Maßnahmen. Und aktuell wird immer wieder über diese Citizen Science oder Bürgerwissenschaften gesprochen. Die Bürger können mitarbeiten als Wissenschaftler, indem sie Daten mit beitragen, indem sie an der Erarbeitung der Methoden mitarbeiten und dann auch an der Umsetzung und der Evaluation. Und das ist was, wo ich mich freuen würde, wenn wir vielleicht da zukünftig auch im Gespräch bleiben könnten, die Hochschulen mit ihren Studierenden und die Themen, die vor Ort tatsächlich aktuell sind, diese gemeinsam im Rahmen von bürgerwissenschaftlichen Projekten auch anzugehen und dann umzusetzen. Vielleicht so viel als Eingangsstatement. Vielen, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem letzten heute geladenen Gast. Einigen ist er vielleicht auch schon bekannt. Ich habe mir sagen lassen, dass er in Sachsen-Anhalt durchaus bekannt ist. Und zwar Oliver Wendenkampf, langzeitiger Vorsitzender Landesverband des Vereins Naturfreunde Deutschland. Ursprünglich Diplom-Biologe im Bereich Wasser. Das bin ich immer noch im Übrigen. Nicht ursprünglich, Entschuldigung. Man verliert das ja nicht, richtig? Das ist ja nach wie vor der Titel. Aber Sie arbeiten inzwischen nicht mehr hauptberuflich als Biologe, oder? Ich kenne das gleich noch. Das führen Sie am besten selbst aus. Ich sage nur einfach so viel. Herr Wendenkampf hat sehr viel Erfahrung im Bereich der politischen Arbeit, aber auch der zivilgesellschaftlichen Arbeit zum Thema Naturschutz, auch mit Wasser und Wasserknappheit. Und eine Frage, die beim letzten Podium so oft gestellt wurde, dass wir sie einfach überhaupt gar nicht ignorieren konnten und auch irgendwie in dieses Podium einbauen müssen, eigentlich gewissermaßen, ist die Frage gewesen, wie könnte eine Renaturierung des großen Bruchs vonstatten gehen? Eventuell können Sie uns gleich noch kurz erklären, für die Sie es nicht wissen, was das große Bruch ist. Für alle, die es schon wissen oder auch noch nicht ganz wissen, drüben ist auch noch mal eine Infotafel, wenn Sie reinkommen. Auf der rechten Seite in der Ausstellung, wenn Sie später noch mal reinschauen sollten, da können Sie sich dann noch mal in Ruhe alles durchlesen. Genau. Und damit gebe ich das Wort jetzt an Sie. Und dann will ich die Frage gleich beantworten. Mehr Wasser. Das große Bruch ist ein ehemaliges Feuchtgebiet, das ist entwässert worden, damit die Landwirtschaft mehr landwirtschaftliche Fläche hat und wenn man das große Bruch renaturieren will, muss da mehr Wasser rein. Kann man aber weniger Landwirtschaft machen. Da sind wir schon beim Thema. Ich wollte eigentlich, also ich stelle mich noch mal ganz kurz vor, damit alle wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin mit meinen inzwischen fast 60 Jahren, habe ich schon allerlei gemacht, in der Tat. Ich war von 1995, ich bin studierter Gewässerökologe, inzwischen auch Sozialtherapeut. Ich war von 1995 bis 2016 Landesgeschäftsführer des BUND hier in Sachsen-Anhalt. Ich habe danach als Geschäftsführer für das Neudeutsche Zentrum für nachhaltiges Bauen gearbeitet, hatte da auch schon ein bisschen was mit dem Thema zu tun, war dann ein paar Jahre in Brüssel. Habe da versucht, die Verkehrspolitik in Deutschland auf vernünftige Füße zu stellen. Luftreinhaltepläne ist vielleicht für alle ein Begriff und arbeite jetzt als Umweltberater beispielsweise an der Ostsee für das Naturfreundehaus Kalifornien, aber auch als Sozialtherapeut dort, wo ich angefragt werde. Und ich wollte meinen kurzen Hinweis damit beginnen, dass Wasser gar nicht knapp wird. So, das haben wir in der Physik gelernt. Wasser bleibt. Die Menge bleibt auch gleich, es wird nicht knapp. Die Frage ist, was ist in dem Wasser drin, das haben Sie ja schon gesagt. Und die Frage ist, wo geht's hin? Also, wenn beispielsweise die Polkappen schmelzen, kommt mehr Wasser ins Meer. So. Die Menge bleibt gleich. Es wird ein bisschen salziger, das Wasser. Nämlich das Süßwasser auf den Polkappen ist als Süßwasser nicht mehr zu gebrauchen, weil es zu salzig ist. Und deswegen sagt auch der UN, der aktuelle UN-Wasserbericht, das Klimawandel führt zu weniger Wasser und zu schlechterer Wasserqualität. Mit weniger Wasser meint der UN-Bericht Wasser, das für den Menschen nutzbar ist. Auch das Wasser, virtuelles Wasser ist das Schichtwort, das verbraucht wird, um unsere Kleidung zu produzieren. Das ist zwar für den Menschen nutzbar, weil Kleidung produziert wird, aber um die physiologischen Prozesse im Körper aufrecht zu halten, ist es weg. Und dann wird es verschlechtert. Und das hat die Kollegin aus der Hochschule Harz ja auch schon hingewiesen, dass Wasser eben in alle Bereiche eingreift, notwendig ist, mit denen wir was zu tun haben. Ernährung, Gesundheit, Haushalt, Energie, Industrie und die Ökosysteme an sich auch. Und das Dilemma, das wir haben ist, das hast du, glaube ich, angesprochen, dass wir einfach so viele Menschen haben, deren Ansprüche, das wird die Herausforderung auch sein, was den Ausgleich angeht, nicht alle befriedigt werden können. Weil das Zeug, da gilt was ja dazu, dass wir auf diesem Planeten haben, eben nicht mehr wird. Wenn die Menschen, die aber gleichberechtigt viel davon abhaben wollen, mehr werden, wird es ein Problem. Da ist das große Bruch ein schönes Beispiel. Wenn wir als Naturschützer, würde ich sagen, das muss renaturiert werden, da muss mehr Wasser rein, um den Preis, dass man weniger landwirtschaftliche Produkte auf dieser Fläche rausziehen kann. Das werden die Landwirte anders sehen. Das verstehe ich auch gut, dass sie das anders sehen. Und die Frage ist, wo kann man da noch aushandeln, wenn es nichts mehr auszuhandeln geht, weil es immer zu Lasten von wem auch immer geht. In Deutschland diskutieren wir die Frage, ob jetzt Coca-Cola das tun darf bei uns, was sie in anderen Staaten schon machen. Ich war lange Mitglied im Vorstand der Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung. Da hatte ich auch die Freude und die Ehre öfters mal eine Exkursion, Jugendaustausch in Vietnam zu machen. In Vietnam denkt keiner mehr darüber nach, wann man Wasser nicht aus der Wasserleitung trinken darf. Das geht nicht. Da muss Wasser gekauft werden von Coca-Cola. Also insofern müssen wir da ein bisschen auch globaler denken und das, was Frau Professorin angesprochen hat, die Gesundheitsbelastungen, die aufgrund von, es wird zu wenig Wasser freigesetzt. Also wenn Städte weniger grün werden, statt mehr grün, werden Städte heißer. Und dann kann man sich im medizinischen Raum umfragen, wenn die Durchschnittstemperatur in der Umgebung deutlich höher ist als die Temperatur, die der Körper verkraften kann. Wenn man krank ist, heißt das Fieber, 39 oder 40 Grad. So ist man schon im Krankenhaus bei 40 Grad. Umgebungstemperatur ständig von 42, 45 Grad. Da ist ringsherum alles im Fieber. Da musst du krank werden. Hilft also nichts. Also deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie man mit Wasser, nicht nur im Sinne von Wasser sparen zum Trinken, sondern auch im Sinne von, welche Art von Wasser wird wo gebraucht? Wie können wir dafür sorgen, dass es überall in einem menschenverträglichen Maße zur Verfügung steht? Das ist eigentlich das Problem. Und deswegen bin ich auch kein großer Freund von diesen Diskussionen um Klimaanpassungen. Das kann ich eine Weile machen. Also wenn durch die Klimaerwärmung die Temperaturen höher werden, kann ich mich anpassen, baue ich eine Klimaanlage in meine Wohnung. Das wird aber draußen dadurch nicht kühler, sondern eher wärmer. Die eigentliche Frage ist, wie können wir, also ein Stück weit natürlich uns anpassen, weil wir es sonst nicht überleben, aber wie können wir dagegen halten und da kommen wir jetzt zu der Frage des zivilgesellschaftlichen Engagements, dass wir mindestens die Paris-Ziele, Erwärmung von 1,5 Grad auch einhalten. Ich bin da persönlich ein wenig skeptisch, aber ich habe es eingangs gesagt, ich bin fast 60. Mir kann das wurscht sein. So, die nächsten 20 Jahre werden wir das hier schon noch alles gut hinkriegen. Danach wird es ein bisschen knapp. Und wenn ich mir überlege, dass bei Klimawandel zum Beispiel im Gebäude, bei einem Gebäudebau davon gesprochen wird, dann bauen wir Häuser, die schwimmen. Geile Klimaanpassungsmaßnahme, stimmt, wird insgesamt die Gesamtsituation jetzt nicht besonders verbessern. Deswegen mein Plädoyer schon auf an Klimaanpassung denken und da bin ich auch zum Ende, sondern eher darüber nachdenken, wie können wir gemeinsam dagegen halten, dass eben das Klima nicht noch weiter menschenunverträglicher wird. Und wie können wir ehrlich sein, wenn wir von Klimaschutz reden, meinen wir ja nicht Klimaschutz. Wir meinen ja Menschenschutz. So, genau genommen kann man auch sagen, es müsste noch viel schneller gehen. So, in 50 Jahren ist die Menschheit ausgerottet, Klima und Erde wird sich freuen. Das ist nicht gut für die Menschen. Deswegen will ich da nicht einen falschen Hals argumentieren. Aber wir müssen gucken, dass wir was Gutes für uns tun und für die nachfolgende Generation. Da müssen wir diesem Klimawandel uns nicht anpassen, sondern dem entgegenwirken. Vielen Dank an Herrn Wendenkampf. Und jetzt haben wir es tatsächlich auf die Minute fast genau geschafft, den ersten Teil mit Input. Sie haben jetzt sicherlich alle schon auch einen rauchenden Kopf und eventuell die eine oder andere Frage niedergeschrieben oder den einen oder anderen Gedanken. Bitte auf jeden Fall aufheben. Nach der Veranstaltung kann das gerne alles an die Pinnwand geheftet werden und wir werden das in der Nachauswertung noch gerne auch berücksichtigen. Jetzt aber erstmal an Sie. Gibt es irgendwelche Fragen oder Kommentare, Äußerungen, Themen, die Sie auch gerne ansprechen würden, die jetzt vielleicht noch nicht genannt wurden? In diesem Teil sind Sie jetzt gerne aufgefordert und ermutigt dazu, auch mitzumachen. Und jeder, der auf dem Podium sitzt, kann sich selbstverständlich gerne dazu äußern. Und wir können das auch natürlich als eine freie Diskussion dann auch weiterführen. Genau. Gibt es denn irgendjemand schon? Das war jetzt fast gleichzeitig. Ich möchte gerne doch ein bisschen was sagen, warum ich Wassersparen sinnvoll finde. Ich war Mitte 30, da wurde ich von einer 15-Jährigen erzogen beim Zähneputzen, lief mein Wasser. Sie sagte, das macht man nicht, dreht man ab. Und dann habe ich mich weiter mit dem Thema beschäftigt. Und ich bin auch durch meine Mutter, die in ihrer Küche immer einen Zettel hängen hatte, mit Wassersparen. Der Afrikaner hätte teilweise nur vier Liter zur Verfügung. Und so ist die Wasserspar-Idee, die ist immer durch unsere ganze Familie gegangen. Und ich finde es doch, ich habe ein ganz anderes Bewusstsein bekommen, seitdem ich zum Beispiel, wenn ich dusche, das Wasser macht meine Schwesterfamilie. Wasser wird aufgefangen und teilweise als Toilettenspülung benutzt worden. Und ich habe zuletzt in einer Ökosiedlung ins Berlin-Zehlendorf gewohnt. Da wurde ich dann darauf hingewiesen, dass ich mich doch dann auch noch sauber halten kann. Ob ich denn das noch könne, wenn ich solche Rituale hätte, habe ich gesagt, kann bin ich trotzdem. Also ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz, das immer wieder ins Bewusstsein für Politik zu bringen, wie wir mit dem Wasser umgehen. Aber zu Hause das einfach ausdrehen oder so als Ritual zu führen, das kann ich doch sehr empfehlen. Will dir jemanden äußern gleich? Also ich meinte jetzt nicht, dass wir alle unser Wasser verschwenden sollten, dass wir jetzt, wenn ich nach Hause gehe, meine Dusche anstelle und erst mal zwei Stunden Fernsehen gucke oder so. Das war nicht meine Intention zu sagen. Ich wollte bloß sagen, dass Wasserspartage, das war ja die Frage, ob sowas einführen sinnvoll ist. Und dann, ich wüsste nicht, wie man im privaten Haushalt einen Wasserspartag einführen soll. Also heute geht kein Mensch in Deutschland einmal duschen. Das ist halt nicht das, was wirklich was bringt, weil es ist eigentlich eher das Umdenken, wie man mit Fast Fashion umgeht und wie man mit virtuellem Wasser an sich umgeht, weil das ist das Wasser, was wir nicht sehen, wenn wir es verbrauchen. Und was aber viel größere Konsequenzen hat als jetzt letztendlich zwei Minuten das Wasser laufen lassen beim Zähneputzen, was aber toll ist, wenn man es ausstellt, war das tatsächlich auch, und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, dass es ein Umdenken bewirkt. Wenn man sich mit dem Thema Wassersparen beschäftigt, auch im privaten Kontext, bewirkt das halt ein Umdenken mit sich, weil man dann schon gleich umweltbewusster wird oder sich bewusster wird, was man eigentlich gerade tut. Und das ist toll. Und ich finde auch toll, dass du halt dann Rituale hast mit Wasser auffangen und so, und das ist auch sinnvoll. Das ist keine Frage. Wir hatten bloß sozusagen eine andere Herangehensweise. Also als Einzelperson kann man natürlich nicht die Wassermengen verbrauchen, die zum Beispiel die Industrie verbraucht. Und deswegen einfach nur, dass im Dialog der Fokus tatsächlich auf die großen Mengen, die tatsächlich den, wenn man dort an diesen, also das sind halt diese Stellen, wo man am meisten verändern kann, wenn man dort schraubt und dass wir da den Fokus drauflegen wollten. Und aber natürlich sollte man auch nicht komplett einfach das Wasser laufen lassen und verschwenden. Da sind wir natürlich alle einer Meinung. Ich bin auch kein großer Freund von Wasserspartagen, gleichwohl ich ein großer Freund von Wassersparen bin. Ich habe eine ähnliche Erfahrung mit meinen Eltern auch gemacht. Was mir aber auffällt ist, dass es auch eine Frage des gesamtgesellschaftlichen Konsenses ist. Also ich glaube, dass man, wenn man heutzutage so lange Wasser laufen lässt beim Zähneputzen beispielsweise, wie Sie das gerade beschrieben haben, ist das nicht mehr im gesamtgesellschaftlichen Konsens, wie das noch in meiner Elterngeneration war. Andererseits, in meiner Elterngeneration war das total üblich und im gesellschaftlichen Konsens, das nur einmal in der Woche gebadet oder geduscht wurde. Heutzutage ist man, ich will jetzt böse Begriffe gar nicht benutzen, aber wenn man nicht mindestens, besser zweimal am Tag, aber nicht mindestens einmal am Tag duscht, dann ist man schon, ist irgendwie komisch. So will ich es mal formulieren. Und das ist natürlich schon eine gesellschaftliche Frage, wenn von den vielen Menschen, die in Deutschland auf der Welt leben, wenn man umstellt von nicht mehr alle sieben Tage, sondern einmal jeden Tag und dann die gleiche Menge verbraucht, ist das eine andere Wasserverbrauchsgeschichte. Das geht weiter in Klamotten. So kaufe ich mir neue Klamotten jedes Jahr oder alle fünf Jahre, obwohl sie ja noch heil, aber vielleicht nicht mehr so schick sind. Das ist auch eine Wasserverbrauchsfrage natürlich und eine Frage des gesellschaftlichen Konsenses. Und auch deswegen bin ich ein bisschen kritisch, wenn es um Anpassungen geht, weil diese großen Dinge, die gesellschaftlichen Wandel, gesellschaftlichen Konsens bedürfen, da leicht aus dem Fokus geraten. Also wenn man jetzt sagt, ich gehe mit der Mode und kaufe mir jedes Jahr eine neue Kollektion oder alle zwei Jahre, wenn die Reaktion gesamtgesellschaftlich wäre es, das ist aber komisch, wir machen das alle anders, hätten wir eine andere Situation insgesamt global, als wenn das cool ist. Da muss man nochmal drüber nachdenken. Also ich bin ja kein guter Berater, ich mache Umweltberatung seit 40 Jahren, hat nicht viel gebracht. Irgendwie habe ich ganz viele Fehler gemacht offensichtlich, war ich zu blöd zu. Deswegen meine Hoffnung, dass es zukünftig besser gemacht wird. Aber meine Bitte, nicht aus dem Fokus zu verlieren, auch das große Ganze, wenn man immer so auf Kleinigkeiten denkt. Und wenn ich das, was ich gerade beschrieben habe, ins Verhältnis zum Zähneputzen, ist natürlich das Wasserspannen beim Zähneputzen nichts. Aber trotzdem finde ich, ist das ein guter Weg, gesamtgesellschaftlich Vorbild zu sein. Ich würde jetzt noch kurz Frau Heilmann und Justus etwas melden. Ich habe mir... Herr Wegewitz hat sich auch schon ganz lange gemeldet. Ja, ja, ich habe das auch noch rausgegeben. Ich wollte ganz kurz noch etwas zu dem Wasserverbräuchen in Deutschland sagen. Also ich hatte vor 20 Jahren Wasserwirtschaft studiert, wir haben gelernt, irgendwie 250 Liter pro Einwohner und Tag verbraucht jeder. Wir sind jetzt in Ostdeutschland unter 100 Litern pro Einwohner und Tag. Also das heißt, wir haben auch, wie gesagt, Gesamtgesellschaft doch was erreicht. Das heißt nicht, wir sollen jetzt verschwenderisch damit umgehen. Aber es ist schon was erreicht worden durch technische Maßnahmen, durch Verminderung von Wasserverlusten. Und ich glaube, es ist auch akzeptiert. Kinder und Jugendliche wissen, Wasser soll man sparen. Ich glaube, das ist schon eine Akzeptanz. Wo ich finde, wo man viel mehr machen kann, ist, wo ist denn Dürre? In den Ländern häufig, wo unsere Agrarprodukte herkommen. Und die Landwirtschaft ist der größte Wasserverbraucher in vielen Ländern, wo es gar kein Wasser gibt. Also wo wir sozusagen Wasser, Grundwasser einsetzen, wo kein Wasser da ist. Das ist Spanien, aber auch andere Länder. Baumwolle braucht unheimlich viel Wasser. Das ist das Thema des virtuellen Wassers. Und da müssen wir uns bewusst sein. Und das ist genau das gleiche Thema, was er jetzt sagt. Unser Kaufverhalten ist der größte Wasserverbraucher und führt zu Dürre in Ländern, wo eben schon Dürre ist. Also wir sind hier, sagen wir mal im oberflächlichen Bereich, gar kein Wassermangel Land. Es gibt Gebiete, ja, wir werden uns mit Dürre auseinandersetzen müssen, aber aktuell ist es noch kein wirkliches Wassermangel Land. Aber es gibt andere Gebiete, wo unsere Früchte herkommen, unsere landwirtschaftlichen Produkte, wo Wassermangel ist und wo heute schon Versalzung von Grundwasser stattfindet, in großem Maße. Und das heißt, da ist dieser vielleicht dieser Gesamtpolitik, also dieser übergreifende Wasserdürrediskussion anzusiedeln, meiner Meinung nach. Da können wir mit dem Zähneputzen auch was beitragen, aber diese Konsummuster, die wir haben, die zu hinterfragen, würde vielleicht einen viel größeren Beitrag leisten. Und dieses Bewusstsein für virtuelles Wasser, wie viel Wasser importieren wir eigentlich aus Gebieten, wo Wasser sehr knapp ist. Das Bewusstsein ist, glaube ich, noch nicht sehr verbreitet. Das wollte ich nur noch ergänzen. Wenn ich das noch sagen darf, dafür, dass ich mich durch dieses junge Mädchen sehr früh angefangen habe, mit dem Gedanken zu beschäftigen, beschäftige ich mich heute mit all den Dingen, die Sie gerade genannt haben. Ich bin Mitglied bei diversen Umweltinitiativen und so weiter. Das ist eins meiner Themen heute. Und ich trage es weiter. Darf ich noch einen Satz sagen dazu? Vielleicht können wir uns ja darauf einigen, dass wir keinen Wasserspartag einführen für die Bevölkerung, sondern einen Wasserinformationstag. Weil da sind wir uns ja einig, dass Bewusstsein wecken ist das Wichtige für Wasserverbrauch. Und das klagen eigentlich aus allen unseren Einwänden mit, dass Wasser sparen für den Verbraucher wichtig ist, aber dass wir das erwecken wollen, indem wir Bewusstsein wecken. Vielen Dank für diese, ja, für die ganzen, ich glaube wir bleiben, wir werden bei dem Thema noch weiter auch bleiben. Ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beiden der Erste war. Olaf war der Allererste. Gut, dann, da geht das Wort erstmal an Sie. Achso, ich wollte ganz kurz. Also ich wollte mal hier mal ganz dicht ranrücken, nämlich an den Hü. Wir sind ein Wassermangelland. Der Hü ist ein Wassermangelland und ich will jetzt mal versuchen, diese politische Ökonomie aufzuzeigen, die hier zustande gekommen ist. Wie praktisch technisch kaschiert werden kann, was Wirklichkeit ist. Also die Frage, die gestellt worden ist, warum sind Entwicklungen unmerklich? Weil man die technisch so kaschieren kann, dass man sie nicht mehr bemerkt. Und das zeigt sich ganz einfach daran, dass die Umgebung des Hü, also fast die gesamte Umgebung, wurde noch vor 30 Jahren aus eigenem Wasser versorgt. Mit eigener Wasserversorgung. Diese Wasserversorgung wurde so sukzessive über die Jahre umgestellt. Die Entwicklung zeigt sich an einer ganz einfachen Untersuchung. Wir haben vor 20 Jahren im Kunstverein Röderhof eine Ausstellung gemacht, die Quellen des Hü. Für die Ausstellung haben wir die Quellen erforscht oder bewandert, die im Hü sind. Das waren weit über 20 Quellen. Ich sage inzwischen schon, das waren inzwischen über 20 Quellen, die der Hü hatte. Und diese Quellen sind in den letzten Jahren sukzessive bis zu fast zwei Dritteln zurückgegangen oder gar versiegt. Und ich spreche von ausdauernden Quellen, nicht von temporären Quellen. Dann würden wir ungefähr auf 50 kommen im Hü. Die temporären Quellen, die durch die Abholzung im Hü schon alle inzwischen verschwunden sind. Und die Wassergewinnungsanlagen waren alle in der Umgebung. Also es wurde entweder Oberflächenwasser, konnte gewonnen werden, oder die Quellen konnten genutzt werden. Wie zum Beispiel in Badersleben die Quelle im Röderhof die Quelle. Also es gab sehr viele Quellen, die in den Wasserkreislauf eingespeist wurden. Ein Problem war der Kalkgehalt des Wassers, den man früher in Kauf genommen hat. Der sollte verändert werden. Und das andere Problem war, wie kommt man mit den Wassermengen, die jetzt verbraucht werden, zurecht. So hat der Wasserverband angefangen sukzessive die Quellen abzukoppeln und eine Ringleitung zu bilden. Und die Ringleitung, die uns jetzt auch Harzwasser beschert, hat dazu geführt, dass so nach und nach überhaupt nicht bemerkbar war. Wir würden heute schreien müssen, wenn wir uns aus den Quellen, die hier noch vorhanden sind, versorgen müssten mit Wasser. Wir würden merken, wir müssten Wasser rationieren. Wir müssen mit dem Wasser zurückgehen. Wir müssen Wasser zukaufen. Und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich heute der Stand, dass durch die letzten trockenen Jahre die Quellen fast versiegt sind. Und eigentlich wollte ich damit darstellen, wie die Probleme verschwinden. Hier in der Bevölkerung ist das nicht sehr bewusst, weil das Wasser fließt halt weiter aus der Wasserleitung und kommt in besserer Qualität, in Anführungszeichen, vielleicht, also es ist so gut, dass man es trinken kann, aus der Wasserleitung. Das war jetzt mal ein Beitrag, um die Nähe zu kommen und zu zeigen, dass hier die Probleme ähnlich sind. Und die löst man halt technisch und wägt dabei auch die Ökonomie ab. Zum Beispiel, dass die Entkalkung des Wassers vielleicht teurer wäre, als Wasser zuzukaufen aus der Ringleitung Harz. Also das sind eigentlich die Probleme, die uns das zum Verschwinden bringen. Danke. Ganz vielen, vielen, vielen Dank für den Beitrag. Will Frau Heimann, wollen Sie da vielleicht... Ich habe keine Ahnung zu den Quellen. Okay, kein Problem. Danke auf jeden Fall für den Input, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Ich habe jetzt nur auch schon mitbekommen, dass zumindest in der oberen Bodenschicht nicht von Dürre gesprochen werden kann in vielen Teilen Deutschlands. Also ich will vielleicht doch nochmal an das, was Herr Wegewitz gesagt hat, aufgreifen. Der Hinweis, dass durch technische Möglichkeiten Wahrheit verschleiert wird. Das haben wir ja ganz weit verbreitet. Also wir haben in Sachsen-Anhalt insgesamt ein großes Problem, auch aus dem landwirtschaftlichen Bereich, dass auf Grundwasserleiter zurückgegriffen wird und dass im Zweifel nicht nur der erste Grundwasserleiter nicht mehr nutzbar ist, sondern in manchen Bereichen schon zurückgegriffen wird auf den zweiten Grundwasserleiter, weil entweder zu viel Grundwasser entnommen wird aus dem ersten oder zu viel Stickstoff über Düngung, über Gülleausbringung in den ersten Grundwasserleiter reinkommt. Das ist deswegen unproblematisch für die Trinkwasserversorgung, also unproblematisch in Anführungsstrichen natürlich, weil zum einen die Trinkwasseraufbereitungsanlagen von der Qualität her deutlich besser geworden sind und auch nicht mehr so gut brauchbares Trinkwasser besser machen können und zum anderen es die Möglichkeiten gibt, nicht so gut brauchbares Trinkwasser mit gutem Trinkwasser aus den Harzbereichen beispielsweise oder aus den Staustufen mit zu vermischen, so dass man nicht mehr die Notwendigkeit hat in der eigenen Region, das gilt auch in der Altmark beispielsweise, die Grundwasserleiter zu schützen und die Trinkwasserqualität aus eigener Kraft aufrecht zu erhalten und das sind alles Möglichkeiten, wie man technisch, das heißt ja professionell gesagt, was verbessern kann. Der Faktor heißt es Verschleier, da bin ich ganz bei dir, Olaf. Und das wollte ich nur nochmal anmerken, dass das zwar hier, und ich bin sehr dankbar für den Hinweis, auch hier auf die Region, aber das ist auch ein Beispiel, das auch überregional zunehmend Raum greift. Und danach der Herr mit dem blauen T-Shirt, aber erstmal hier vorne. Ich wollte nochmal kurz auf das Stichwort eingehen, was Sie mit dem Duschen gesagt haben. Seit 30, 40 Jahren posaunt die Werbung auf die Bevölkerung ein, dass man purentief rein zu sein hat. Es wird dauernd mit Duschgels geworben, mit Kosmetika. Das ist natürlich bewusst gesteuert, das ist die Kosmetikindustrie, die ihre ganzen Seifen und Cremes verkaufen möchte. zu sonst ist das nichts gut, wollte ich nur mal angemerkt haben. Das ist eine reine Aktion der Kosmetikindustrie und der Werbung, die das natürlich stützt und fördert. Ja, es ist nicht notwendig. Gibt es dazu, danke, danke auf jeden Fall, gibt es dazu noch Kommentare seitens des Podiums? Justus? Ja, also ich meine, das Problem, das wir sehen, ist ja immer, dass irgendwo an vielen Stellen wirtschaftliche Interessen mit drin hängen. Und auch wenn es jetzt heißt, ja wir machen der Bevölkerung einen Wasserspartag und wir müssen zu Hause zu viel oder wir müssen zu Hause Wasser sparen, dann mag das zwar richtig sein. Dann mag es zwar stimmen, dass wir, wenn wir zu Hause unseren Wasserhahn ein bisschen eher zudrehen, dass wir dann ein bisschen Wasser sparen und das Kleinvieh auch Mist macht und es sich läppern wird. Aber ein weiteres Problem an der Stelle ist, dass es eben auch ablenkt. Dass wenn wir anfangen, nur noch vor unsere eigenen Haustüre zu kehren, dann vergessen wir, dass irgendwo letztendlich die Großindustrie und zum Beispiel auch die Landwirtschaft wahnsinnige Mengen an Wasser verbrauchen und das verschwindet dann aus dem Fokus. Also was man nie vergessen darf, wenn man darüber redet, was ist auch in der Politik, was ist in der Gesamtgesellschaft, was ist im gesellschaftlichen Diskurs gerade vertreten, was ist prominent. Dass man immer auch gucken muss, wie wird Fokus gesetzt. Und das passiert so gut wie immer bewusst. Das heißt, wenn der Fokus auf eine bestimmte Stelle gerichtet wird, dann ist es meistens, meistens, nicht immer, aber meistens mit einem gewissen Hintergedanken. Und da passt auch wieder der Kommentar dazu, dass hier im Hü auch gerade das Wasser versiegt. Was passiert, damit es nicht in den Fokus rückt? Es wird von woanders nachgespeist, damit das Wasser hier nach wie vor aus dem Hahn trinkbar bleibt. Und auch da würde ich dann die Frage stellen, wer profitiert davon, also jetzt mal abgesehen davon, dass wir alle davon profitieren, da wir weiterhin aus dem Hahn trinken können, aber wer profitiert davon, dass es nicht diesen Aufschrei gibt? Wer profitiert davon, dass es nicht den Aufschrei gibt, hey, wir müssen was daran ändern, wir müssen gucken, dass wir irgendwo weniger Wasser entnehmen? Lasst uns mal mit den Beteiligten aktuellen an einen Tisch setzen und darüber reden. Und das wollte ich Ihnen noch beigetragen haben. Dankeschön. Der Herr im blauen T-Shirt hinten hat eine Frage. Ja, ich bin hier auch aus der Region, aus Dingelstedt, und bin hier zehn Jahre zur Schule gegangen. Und wir haben einen super Biologielehrer gehabt, bei dem wir schon gelernt haben, dass die Bäume, vor allen Dingen ältere Bäume, wollen wir sagen, ab 50 Jahre, das Wasser mit ihren Wurzeln festhalten und langsam wieder dann in den Boden zurückgeben. Und nach der Devise sollte man doch die Flächen, die jetzt Brachflächen sind oder alte Schutt halten oder sowas nutzen zur Wiederaufforstung, damit eben das Klima und der Sauerstoffgehalt in der Luft verbessert wird. Dann ist es auch so, dass es in Städten, wie Herr Wendenkampf gesagt hat, es gibt in Städten auch Kleinklima. Auch wir vor unserer Haustür können von einem Kleinklima sprechen. Also das fängt schon an mit Einbau und hört vielleicht auf mit tausend Bäumen. Und auch das Kleinklima kann das Leben der Menschen verbessern, indem eben die Luft sauber ist, die ich einatme, und viele Schadstoffe aus der Luft ausgefiltert werden. Ja, das war es. Mehr würde ich nicht sagen. Gibt es dazu noch Kommentare? Da sind ja auch wirklich Maßnahmen, die jetzt auch umgesetzt werden in den Städten, also gerade in den Städten, wo es wirklich im Sommer zu heiß wird, dass man dort dieses Mikroklima stärkt, dadurch, dass man Bäume oder Begrünungen schafft. Also auch an die Begrünung wird dann sozusagen ja, ein gewisser Anspruch gestellt. Und auch da ist es so, letztlich muss dann doch wieder jeder, jeder Einzelne hat da die Möglichkeit mitzutun. Also es gab so ein Projekt, grüne Ecken, oder Begrünung von Kleinflächen, wo sozusagen, wo man sagt, wo kann man denn überall noch solche Flächen erschließen. Und wenn man aber manchmal guckt, wie Vorgärten aktuell gestaltet werden, indem man sozusagen jedes Grün dort verhindert, indem man dort Steine in seinen Vorgärten pflanzt, dann sieht man, dass sozusagen da noch eine Menge Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, dass die Entwicklungen vielleicht nicht immer in die Richtung gehen, die man als besonders positiv schon längst erkannt hat. Ja, also das ist sozusagen genau der Punkt, wo wir sagen, Information und darüber sprechen, was kann jeder dazu beitragen, wäre durchaus ein sehr zielführendes und probates Mittel. Also wir haben ja gerade mit der Stadt in Wernigerode, was kann man tun, damit Personen, Einwohner, Einwohnerinnen, doch mal an blühfreundliche Vorgärten- oder Gartengestaltungen hängen. Und das Ergebnis zeigt, dass da durchaus noch ein ganz schönes Potenzial ist. Und es zeigt sich eher, dass die Entwicklungen in den Begrünungen in die ganz andere Richtung gehen, als das, was man sich sinnvollerweise da vorstellen könnte. Und da muss man wirklich noch viel arbeiten, denke ich. Also ich wollte nochmal den Fokus, auch was die Begrünung angeht, weg vom Individualismus legen. Also ich finde auch, also ich habe in Magdeburg das Vergnügen gehabt, zehn Jahre auch im Stadtrat zu sein. Da habe ich die Diskussion ja auch immer mitgekriegt. Und es ist auf der einen Seite natürlich schön, die Bevölkerung zu motivieren, in dem kleinen Bereich ein bisschen mehr Grünzeug haben, auf dem Balkon beispielsweise, Balkonkästen, die schöner werden sollen. Aber wenn ich mir überlege, selbst wenn alle Magdeburgerinnen und Magdeburg 300.000, so jeweils zwei Balkonkästen, nicht alle haben Balkon, aber das übergehe ich jetzt mal, bepflanzen würden mit ökologisch sinnvollem Pflanzenmaterial. Und ich sehe, dass am nächsten Tag eine Entscheidung getroffen wird, von so und so viel Hektar Grünzeug wird zugebaut. Dann ist es eine Frage der politischen Entscheidung, wie man Stadtentwicklung macht. Und es ist eine Frage der politischen Entscheidung, ob man Fassadenbegrünung zulässt und forciert oder Dachbegrünung zulässt und forciert. Und wie das Verhältnis ist. Und nicht umsonst streiten Naturschützer und Städteplaner, Verkehrsplaner darum, ob man denn und wenn ja wann endlich ein Nettoversiegelungsverbot durchsetzt. Es hilft nämlich auch nichts, dass man Ausgleichsmaßnahmen hat und in einem Bereich Feuchtgebiete trocken legt und beispielsweise am Rande der Stadt 100 Bäume pflanzt. Die 100 gepflanzten Bäume ersetzen das stillgelegte, nicht mehr als CO2-Speicher nutzbare Feuchtgebiet mitnichten. Also ist es eine Frage auch der politischen Entscheidung. Ich bin jetzt nicht mehr so intensiv in Sachsen-Anhalt engagiert, wie das noch vor Jahren der Fall war. Deswegen bin ich auch schon älter geworden, ein bisschen entspannter damit umzugehen. Aber wenn ich mehr sehe, wie die Gesamtbevölkerung sich jetzt eine neue Landesregierung zusammengesetzt hat, die in einem Koalitionsvertrag feststreibt, dass wir die Entwicklung dieses Landes auf das Niveau der 1950er Jahre zurückbringen, dann werde ich ein wenig konsterniert. Und deswegen ist es mir, ich habe das eingangs auch schon mal gesagt, so wichtig, dass man eher überlegt, wie man gesamtgesellschaftlich den Konsens verändert, dass wir ein bisschen mehr hinkriegen. Und es ist auch richtig, das ist mir ganz am Anfang auch schon aufgefallen, dass man auf die Großindustrie hin orientiert, die sich ändern muss. Aber das ist ja gerade schon angesprochen worden, auch Shell hätte, wenn die Politik nicht mit kooperiert und mitgespielt hätte, hätten die sich die Nägel ausgebissen. Das heißt, es kommt schon darauf an, Großindustrie macht schon viel Mist. Aber wenn das politisch nicht zugelassen wird, dann bleibt das eine mistige Idee, wird aber nicht umgesetzt. Noch ist die politische Entscheidungsebene auf allen Ebenen das Entscheidungskriterium. Und das gilt von der großen Politik und der Großindustrie bis auf die kommunale Ebene. Und wenn in der Kommunalpolitik neue Parkplätze und mehr Parkplätze und eine autofreundliche Stadt wichtiger ist als ein vernünftiger ÖPNV Bau- und Grünzeug in die Stadt, dann helfen mir kleine Bereiche, die die Bevölkerung ein bisschen grüner macht. Das ist zwar ganz hübsch, aber bleiben Beruhigungsetiketten. Also vielleicht darf ich da noch mal kurz einhaken. Also ich meinte nicht nur, dass man nur die Bevölkerung dann annimmt, also Planung und Bauleitplanung oder überhaupt die Verantwortung auf politischer Ebene steht natürlich voran. Aber es geht eben nicht nur immer, also jeder muss seinen Beitrag leisten. Das wollte ich damit sagen. Und diese Begrünung in der Stadt ist, glaube ich, auch ein Beispiel, wo man aktuell über Klimaschutz und Klimaanpassung intensiv diskutiert, weil Nachverdichtung in der Stadt vermeidet Zersiedlung an den Stadträndern. Also aus Klimaschutzgründen durchaus sehr sinnvoll, aber aus stadtklimatischen Gründen nicht so sinnvoll. Also das heißt, auch hier muss man versuchen, die, sagen wir mal, die bestmögliche Lösung zu finden. Und da muss ich mich ja trotzdem noch mal jetzt einmischen, weil ich diese Diskussion auch oft geführt habe, was die Verdichtung in der Stadt angeht. Die Frage ist ja, was in der Stadt, jetzt mal jenseits von Grün und Straßen, gebaut wird. Brauche ich in einer Großstadt immer noch mehr Einfamiliengebiete oder brauche ich auf der gleichen Fläche, kriege ich nämlich mehr Menschen unter, Mehrfamilienhäuser? Und dann ist auch die Frage zu dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe, brauche ich als Einzelperson 80 Quadratmeter, da kenne ich ganz viele von, die die brauchen, oder reichen mir 20 Quadratmeter? Und wenn die Weltbevölkerung wächst und alle sagen, ich alleine brauche 80 Quadratmeter, weil sonst fühle ich mich so eingeengt, wird es knapp mit der Fläche. Ja, also alles Entscheidungen, die vor uns stehen. Die wir jetzt nicht hier so entscheiden können, aber wo man die Diskussion weiterführen muss. Also wir müssen uns des Problems bewusst sein und dann diese Diskussion auch führen und dann irgendwann mal entscheiden. Das ist auch wichtig, also dass man nicht nur diskutiert, sondern auch entscheidet. Handeln wäre praktisch. Handelt, genau. Ganz kurz, einen Moment. Moment, ich habe noch auf der Liste noch zwei andere, ich kann sie aufschreiben. Nur ganz kurz zu dem Thema Platzmangel und aber auch Ausgleichsflächen schaffen für zugebaute Flächen, weil es mir gerade nur in den Kopf gekommen ist, Singapur, hat man schon mal gehört, ist ein kleiner Stadtstaat, hat sehr wenig Platz, baut immer mehr in die Höhe, aber hat jetzt ein Gesetz beschlossen, habe ich erst vor ein paar Tagen gelesen, dass für jeden Quadratmeter versiegelte Fläche auf dem gebauten Objekt Ausgleichsvegetation geschaffen werden muss und zwar sowohl auf Dach als auch an der Fassade und deshalb entstehen in Singapur zur Zeit grüne Wolkenkratzer, wo das Grün teilweise an den Fassaden hoch rankt. Kann eventuell ja mal auch ein Vorbild sein für Architektinnen und Architekten hierzulande. Wenn es da jetzt noch unmittelbar aus dem Podium Kommentare gibt, hätte ich jetzt den Herrn in Schwarz und danach Ilka für noch eine Frage ausgewählt. Ich habe noch mehr Fragen, ich hoffe, das lässt sich irgendwie unterbringen. Also erstmal Frau Professor Heimann die Frage, weil Sie vorhin erwähnten, dass Sie ja so Projekte haben, wo mehrere Parteien an einen Tisch geholt werden, die dann praktisch miteinander diskutieren und so weiter. Was hat denn jetzt Vorrang? Ändern oder Anpassen an den bestehenden Klimawandel? Also will man jetzt wirklich was tun oder guckt man, wie kriegt man die Kuh vom Eis? Also ich glaube, Vorrang sollte immer noch und ich glaube, das ist unstrittig, das Vermeiden vor Anpassen haben. Also Klimaschutz hat oberste Prioritäten. Nichtsdestotrotz können wir die Anpassung nicht vernachlässigen, weil wir sehen ja, dass sich Dinge ändern. Also wenn wir jetzt sagen, wir ignorieren das und sagen, wir machen so viel Klimaschutz, dass wir uns nicht mehr anpassen müssen, dann würden wir sozusagen im sehenden Auges in eine Katastrophe, würde ich sagen, aber in eine schlechtere Zukunft gehen. Das heißt, Klimaschutz bleibt, denke ich, nach wie vor die Priorität. Das ist im Umweltbereich ja auch so vermeiden, vermindern und behandeln, also aus der Abfallwirtschaft. Das heißt, wir müssen alles noch, die Anstrengungen im Klimaschutz müssen verstärkt werden. Nichtsdestotrotz muss man den zweiten Weg meiner Meinung nach auch gehen. Also beides muss man angehen. Aber nicht sagen, okay, wir resignieren, wir machen nur noch Anpassung, weil ich glaube, dann so viel können wir uns gar nicht anpassen. Also ich denke, es wurde ja auch mehrfach gesagt, diese 1,5 Grad, die wurden ja definiert als, weil man danach sagt, danach wird das Anpassen auch schwierig. Also deshalb Klimaschutz unbedingt voranstellen, Anpassen aber auch auf den Zettel haben. Ich würde gerne dazu auch was sagen, weil mein Studiengang heißt tatsächlich nicht Klimaschutz und Klimawandel, sondern Klimaschutz und Klimaanpassung. Und auch wir haben uns natürlich mit der Frage beschäftigt, was ist sinnvoller. Das ist aber eine Tatsache, dass es einen Klimawandel gibt und der ja auch uns betrifft. Und natürlich müssen wir weiterhin Energie da reinstecken, dass wir die Umwelt schützen und mit sämtlichen Maßnahmen das retten, was noch zu retten ist. Aber gleichzeitig werden wir den Klimawandel nicht innerhalb von Jahren aufhalten können und unsere Umwelt trotzdem anpassen müssen. Wir müssen auch uns weiterhin anpassen und deswegen Klimaschutz und Klimaanpassung gehen Hand in Hand, meiner Meinung nach. Noch weitere Stimmen aus dem Podium dazu? Der Herr hatte noch mehr Fragen. Der Herr hatte noch mehr Fragen. Das war nicht nur eine Frage. Die Frau dahinter, ich habe sie auch auf der Liste schon. Ja, nochmal an Frau Professor Heimann wegen der Bürgerbeteiligung, die Sie erwähnt hatten. Wie weit ist das vorangeschritten? Finden da jetzt regelmäßig Informationsveranstaltungen statt oder ist das eher Projekt? Also will man mal machen? Also in dem Projekt selber waren Bürgerbeteiligungen vorgesehen. Also das Projekt, das ist sozusagen ein bisschen ein Problem von Hochschulen, die arbeiten immer projektbezogen und danach müssen sie es an die Verantwortlichen vor Ort übergeben. Also das heißt, wie aktuell dort der Umsetzung stand, das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Was wir aber gemacht haben, war die Bürgerbeteiligung so aufzubauen, dass die Daten und Informationen, die von den Bürgern eingebracht werden können, auch in interaktive Karten eingepflegt werden konnten. Also das ist ja durch die Digitalisierung auch eine Möglichkeit, niederschwellig die Möglichkeit zu geben, Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen. Das geht weiter. Inwieweit jetzt die Verwaltung auch diese Gesprächsrunden weiterführt, das kann ich im Moment gar nicht sagen. Was aber schon immer das Problem ist oder in unserem Projekt auch das Problem war, dass die Bürgerbeteiligung doch sehr schwankend ist, je nachdem, wie stark die Betroffenheit ist. Große Betroffenheit, große Bürgerbeteiligung, geringere, nicht so viel. Und das ist auch so ein Wunsch, dass man sich da noch stärker mit engagiert in seinem regionalen Umfeld. Und wir haben runde Tische und zum Schluss ist ein Maßnahmenpaket entstanden, also gerade bei dem letzten Projekt zur Bodenerosion, wo jetzt nach Möglichkeiten der Förderung und der Umsetzung gesucht wird. Also da sind wir schon bis kurz vorm Handeln gekommen. Jetzt müssen die Akteure das halt umsetzen. Ich wollte gerne auch noch mal was zum Thema Bürgerbeteiligung sagen, weil das immer so ein heerer Begriff ist. Bürgerbeteiligung ist nicht gleich Bürgerbeteiligung. Und wenn man sich die Historie des Engagements der Bevölkerung an Bürgerbeteiligungsprozessen anguckt, ist es eher rückläufig, es gibt Ausnahmen, hängt ein bisschen mit der Art der Bürgerbeteiligung zusammen. Aber Bürgerbeteiligung, wie sie auf kommunaler Ebene häufig gemacht wird, ist, man lädt die Bürger mit welchen Instrumenten auch immer in einen Raum ein und diskutiert mit denen Pläne, die schon so weit gediehen sind, dass sie ohnehin nicht mehr zu ändern sind. Das ist nicht besonders motivierend. Andere Arten der Bürgerbeteiligung haben dann zum Ergebnis, gute Idee machen wir, wenn wir das Geld irgendwo herbesorgen können. Auch das ist nicht besonders motivierend. Ich habe nur in ganz wenigen Fällen eine Bürgerbeteiligung erlebt, wo man gesagt hat, wir gehen da, also nicht nur gesagt, sondern auch das so gemeint hat, wir gehen da ganz offen rein und gucken, also da gibt es Instrumente, die heißen dann Planning for Real, wir gucken dann, was die Bevölkerung im Konsens sich entwickelt und setzen dann das um und setzen erst danach unsere Kommunalplaner heran, um das umzusetzen, was in diesem Konsensprozess rausgekommen ist. Nun kenne ich das Verfahren in Mansfeld-Südharz nicht. Ich hoffe, dass das anders gelaufen ist und ich hoffe, dass die Politik das dann auch mitträgt, diese Ergebnisse, weil aus meiner Erfahrung ist Bürgerbeteiligung dann immer kontraproduktiv, weil es abschreckt für die Zukunft, wenn die Leute motiviert werden, sich zu beteiligen und dann die Erfahrung machen, dass es eigentlich für ein Popo war, sich zu beteiligen. Das ist aber meistens, wie Bürgerbeteiligungen laufen. Deswegen bin ich ein großer Freund von Bürgerbeteiligung, wenn sie ordentlich gemacht werden würde. Robert Jung hat mal gesagt, dass die wahren Experten diejenigen sind, die es betrifft. Auf die mal zu hören, wäre mal eine Idee. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Vielen Dank. Ich glaube, dann war als nächstes auf meiner Liste Ilka. Ah, okay. War schon beantwortet. Dann hatte ich hier drüben noch kurz, also die Dame mit der Brille. Ich glaube, Sie hatten sich auch noch gemeldet, oder? Also Sie auch, aber die Dame mit der Brille auch. Beide. Ich weiß nicht genau, wer zuerst war, aber dann in dem Fall waren Sie. Ja. Die Nächste. Guten Tag. Also ich hoffe, dass meine Gedanken jetzt hier noch so in den Rahmen passen. Ich wollte mich bloß mal so zusammenfassend äußern. Ich denke, es wäre, es sind eigentlich viele Leute interessiert und wachgerüttelt jetzt natürlich nicht und für das Klima und für das Klima doch sensibilisiert. Wachgerüttelt natürlich jetzt erst recht durch die Dürren der vergangenen zwei Jahre, also hier bei uns in der Gegend spürbar und natürlich jetzt auch die Starkregenereignisse und Hochwasser in den, in Westdeutschland, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Das sind natürlich jetzt alles Punkte, die die Leute doch, die eben greifbar sind und das Thema doch so in den Fokus rücken. Die Sachen scheint man zu benötigen, um den Leuten wirklich, oder dass die einzelnen Personen erkennen, dass es jetzt nicht mehr bloß Gerede ist und das Aufwärmen von Themen, die eigentlich vor 30 Jahren auch schon in einzelnen Bereichen bekannt waren und auch diskutiert wurden. Jetzt werden die Probleme doch deutlich sichtbar und da denke ich, an dem Punkt ist jetzt wirklich es wichtig, dass von politischer Seite her Anreize geschaffen werden oder auch ja, nicht nur Anreize, sondern eigentlich auch so eine gewisse Ablehnung oder auch Strafen für so problematisches Verhalten. Also ich denke jetzt gerade bei der Stadtbegrünung solche Sachen wie Steinvorgärten, Pflasterflächen, keine Pflanzen mehr, keine, also nichts Grünes mehr in Vorgärten in der Stadt und zu kleine Grünflächen, keine bepflanzten Straßenränder mehr, sowas darf es einfach nicht mehr geben, bin ich der Meinung. Das sind eigentlich wirklich alles kleine Dinge, die aber in der Gesamtheit, weil sie auch gerade vielleicht modern sind, trotzdem meiner Meinung nach einen großen Schaden anrichten, nicht nur einen optischen Schaden, sondern natürlich auch einen Schaden an der biologischen Vielfalt, die ja eigentlich da mal gewesen ist und ich bin der Meinung, dass man jetzt, wo viele Leute doch sensibler geworden sind, auf alle Fälle ja so falsches Verhalten, ich möchte es mal falsches Verhalten nennen, dass das einfach auch mal ein bisschen geächtet wird. also es wäre schön, wenn in einem Baugebiet, in dem gerade wieder ein dickes Riesenhaus entsteht, mit einer zugepflasterten Fläche, mit Steingärten drumrum, also keine Gärten, sondern Steine, nur Steine, dass sowas auch einfach mal irgendwie so teilweise an Pranger gestellt wird. Momentan scheint es immer noch schick zu sein und ja, ich denke, die Nachbarn nehmen das sicherlich auch hin, aber eigentlich darf es nicht mehr sein und dieses Problembewusstsein sollte sich mal ein bisschen verteilen, ein bisschen verbreitern. Danke. Dankeschön. Ich habe einen Kommentar von Justus dazu. Ja, genau dazu. Also ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass wir mehr Grünflächen in den Städten brauchen und wir brauchen mehr Begrünung von Straßenrennern, von Vorgärten und so weiter. Was ich als problematisch sehe, wäre auf der individuellen Ebene mit, ich sage jetzt mal ganz böse, mit dieser Verbotskultur direkt drauf zu gehen, weil die Geschichte hat einfach gezeigt, dass es Leute eher abschreckt. Wenn ihnen was verboten wird, dann kommt eine Trotzreaktion. Nee, ich will das aber. Sondern dass auf der individuellen Ebene, was Vorgärten angeht, dass es da, glaube ich, sinnvoll sein kann, wenn man eben in der Bevölkerung diese Echtung, also nicht die Echtung schafft, aber ein Bewusstsein dafür. Und wenn ich mir achtmal die Frage anhören muss, ach Mensch, schade, warum hast du nur Steine in deinem Vorgarten? Dann überlege ich mir vielleicht, na gut, dann streue ich halt ein paar Blumensamen rein. Weil letztendlich Vorgärten sind ja nicht nur was, wo ich selber reingucken will, sondern das ist ja der Garten vor meinem Haus. Das hat ja auch irgendwo was Repräsentatives. Und ich denke, dass wir darüber die Leute viel besser erreichen, dass wir viel schneller dahin kommen, dass die Leute sagen, okay, ich mache mit, als wenn wir anfangen und Gesetztstexte aufschreiben und vielleicht sogar Sachen mit Strafen belegen. Was die Großbauten angeht, da bin ich auf einer ganz anderen Stelle. Während es zum Beispiel sinnvoll ist, oder ich weiß jetzt nicht, wir haben hier ein paar Architekten im Publikum, das weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass es ja eigentlich so ist, dass Projekte müssen ja durch, jedenfalls die Großen müssen durch den Bauausschuss durch. Es muss darüber gesprochen werden, es muss eine Baugenehmigung erteilt werden. Und dass man da schon mal guckt, okay, wie viele Flächen werden versiegelt? Gibt es Ausgleichsflächen auf dem gleichen Grundstück? Ist es vielleicht möglich zu sagen, so hey, das müsst ihr nicht pflastern, da könnt ihr auch einfach irgendwie Rabatten hinstellen, da könnt ihr was pflanzende Blühwiese machen? Weiß ich nicht. Und dass, wenn sich daran dann nicht gehalten wird, dann kann tatsächlich auch mal eine Stadt oder ein Land sagen, so jetzt hauen wir euch auf die Finger, jetzt gibt es Strafen und zur Not, um die Strafen nur zu nehmen, um daraus eben Ausgleichsflächen zu schaffen. Aber ich denke, dass es tatsächlich, während es auf individueller Ebene notwendig ist, das aus der Gesellschaft herauszumachen, ist es auf der Ebene von Großprojekten, glaube ich, sinnvoller ist, nicht aus der Gesellschaft herauszumachen, weil wenn ein Münchner Investor in Halberstadt was baut und eine Fläche versiegelt, was juckt es denn, wenn die Halberstädter Gesellschaft ihn nicht mag? Solange sie Mieten zahlen, ist doch alles in Ordnung. Aber da kann die Stadt dann eben sagen, so nicht, am Ende entscheiden immer noch wir. Danke für diesen Beitrag. Herr Wendenkamp. Ich wollte noch mal ganz kurz zu der Verbotskultur was sagen und zu dem Thema Großbau. Also die Frage von Steingärten ist eine Frage, die man über die Landesbauordnung regeln kann. Und dann sind das genau genommen, wenn man sie alle zusammen nimmt, auch wieder Großprojekte. Das könnte man regeln. Da gibt es in manchen Bundesländern, da gibt es inzwischen schon Verbote, dass das verboten ist. Grundsätzlich so Verbotskultur, wenn man das Kultur nennt, bin ich ganz bei dir. Aber es gibt auch Individualverbote, an die haben wir uns gesamtgesellschaftlich ein Stück weit geeinigt, wenn sie der Gesamtgesellschaft zugutekommt. Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass bei Rot über die Ampel fahren strafbewehrt sein könnte. Das ist ein Verbot. Du darfst individuell nicht bei Rot über die Ampel fahren, weil das Unfallrisiko dolle groß ist für wen anders, den du dann umkacheln könntest. Wer sich nicht dran hält, muss nicht, kriegt eine entsprechende Strafe und wenn er das oft genug macht, ist es vorbei mit Autofahren. Und da geht es individuell und ich glaube bei Steingärten und bei anderen Themen auch, wenn wir zu viele Steingärten und zu wenig Grün haben, schädigen wir die Gesundheit von anderen Leuten. Das ist genau wie beim Rot über die Ampel fahren. Das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich. Für mich ist das ein passender Vergleich. Und das gilt für viele andere Dinge auch. Der Unterschied ist nur, dass beim Thema Steingärten, Bienenwiesen und, 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 da geht es bloß um die Natur. Beim Thema Autofahren und beim Thema Bauen, da geht es um meine Freiheit. Und das ist auch wieder so ein gesamtgesellschaftliches Thema, das man so schnell nicht gelöst bekommt oder verändert bekommt. Da bin ich aber schon der Meinung, dass man politisch eingreifen könnte. Das gilt für die Landesbauordnung, fällt nicht vom Himmel. Die wird politisch gemacht. Von wem? In dem Fall dann vom Landtag oder vom Bundestag, von den gewählten Abgeordneten. Ich ahne dunkel, wie sich die Gesetzeskulisse für Landesgesetze in Sachsen-Anhalt verändern wird. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Ich bin ein wenig besorgt, auch was das Landesnaturschutzgesetz angeht, weil es eben bloß um Naturschutz geht. Deswegen brauchen wir ja für das bisschen auch kein eigenes Ministerium. Das kann ich gut verstehen. Wissenschaft ist vielleicht wichtiger. Ich habe noch von Janine einen Beitrag. Genau. Ich wollte auch noch mal auf diesen Gedanken der Ächtung eingehen, von wegen dieses Verbote und Freiheit der anderen Leute. Man kann Verbote polarisieren sehr. Allerdings, wenn man tatsächlich in den Dialog verändert und tatsächlich erklärt, dass die Freiheit, die persönliche Freiheit nicht eingeschränkt wird, indem die Steinwüste verboten wird, sondern die Freiheiten anderer Menschen geschützt werden, indem halt Artenschutz etc. alles dadurch begünstigt wird. Dadurch kann man den Dialog verändern, dadurch kann man das ganze Verständnis verändern und dadurch bekommt man die Menschen viel eher dazu, irgendwie sich klimafreundlich zu verhalten und tatsächlich dann auch den Weg mitzugehen und alle wirklich alles an einem Schrank ziehen. Ansonsten polarisiert es, man teilt die Gesellschaft und man erreicht am Ende nichts und es sind lange Diskussionen, die dann am Ende tatsächlich dann irgendwie vor Gerichten entschieden werden müssen und diese Zeit ist halt fürs Klima nicht immer gegeben und deswegen muss man das eher im Dialog lösen, über Freiheiten anderer Personen zu schützen, weil dafür hat ja eigentlich ein jeder Verständnis. Sehr gerne. Ich wollte nur noch eine ganz kleine Anekdote ergänzen, also was so Veränderungsprozesse, woran man vielleicht gar nicht denkt, also wir, ich hatte ja schon erzählt, wir als Hochschule wollen uns auch umweltfreundlich verhalten, wir haben einen sehr grünen Campus, eigentlich einen parkähnlichen Campus und wir hatten uns entschlossen, dort Blühwiesen anzulegen und der Gärtner hat gesagt, Blühwiese geht nur, wenn er ein Schild aufstellt, das ist eine Blühwiese, weil sonst jeder denkt, er macht seine Arbeit nicht richtig und also das ist schon sozusagen, dass das ordentliche Gerade ist, das Normale, wenn was blüht und belebt ist, das ist sozusagen das Unnormale. Also ich denke, es war nur noch eine kleine Anekdote, dass es ein weiter Weg ist, bis sozusagen dieses Verständnis für Natur überall so verankert ist, wie man es sich vielleicht von unserer Seite jetzt wünschen würde. Also wenn das Normale mit einem Schild versehen wird, dann ist es schon, da ist noch ein weiter Weg, denke ich. Das Mikrofon kommt schon. Ich habe sie noch auf der Liste. Also es geht auch schneller. Unsere Kirchengemeinde, liebe Frauen in Halverstadt, wir haben vor zwei Jahren beschlossen, wir mähen nicht mehr, Schöpfung ehren. Im ersten Jahr gab es Streit und Kritik und wie das aussieht. Dieses Jahr ist noch nicht gemäht. Ich habe gedacht, der Biobauer macht uns das. Denke ich manchmal, jetzt könnte gemäht werden, es sagt niemand mehr was. Es wird akzeptiert. Und das finde ich, also manchmal geht es auch schneller, zum Mut machen. Danke. Dann habe ich noch einmal eine Frage vom Herrn im schwarzen Pullover. Genau. Dankeschön. Ja, danke schön. Eben viel, nämlich noch ein ganz wichtiges Wort und das war Naturschutz, weil das wurde bislang immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Nicht bei dieser Diskussion, aber grundsätzlich ist es halt so, ja, Wasserknappheit, wir müssen halt Rohre legen, damit die Menschen versorgt sind. So, jetzt haben wir heute auch gelernt, dass das Wiedervernässen eines ehemaligen Feuchtgebietes natürlich gut fürs Wasser ist, ist nebenher aber auch gut für Arten. Das heißt, ich habe auf einmal plötzlich wieder Vögel da oder Kriechtiere oder irgendwas, die ich schon 20 Jahre lang nicht mehr gesehen habe. Also ich denke, wir sollten da auch gucken, dass wir vielleicht Artenschutz, Trinkwasser, Knappheit und so weiter alles irgendwie in einen Topf werfen und sagen, wir haben sauberes Wasser, wir haben auch unsere Arten wieder da und das als Diskussionsgrundlage, nicht eben nur um Versorgung oder um, was weiß ich, neue Regelungen, wer darf wen mit Energie und Wasser und Zeug versorgen, sondern wie können wir das ganzheitlich abbilden, dass jeder was davon hat. Das wird aber schwer, dass jeder was davon hat. Wenn jeder und jede immer mehr werden, das, wo das drauf sein soll, wovon jeder was abhaben soll, aber nicht mehr wird, wird es einfach kompliziert. Und diesen Konflikt, den haben wir ja schon ganz, ganz lange, ich sage jetzt mal, also eigentlich überall, ganz deutlich wird es im ländlichen Raum, so, habe ich jetzt Naturschutzflächen, unabhängig davon, ob das jetzt ein Feuchtgebiet ist oder nicht, so, dass von der Bodenqualität her auch eine prima landwirtschaftliche Fläche wäre. So, so, also wer gewinnt, nicht immer der Naturschutz, so will ich es mal formulieren. So, wenn ich jetzt eine Verkehrsverbindung von A nach B brauche, damit ich nicht mehr drei oder vier Stunden brauche, sondern nur noch zwei Stunden, dafür aber die Natur kaputt machen müsste, wer gewinnt? Nicht immer der Naturschutz. Das kann man, das kann man für ganz viele Beispiele auflisten, da gebe ich Ihnen völlig recht, dass Naturschutz unterbelichtet ist. Ich persönlich, aber das sage ich jetzt mal als Naturschützer, ich bin ein wenig voreingenommen, das gebe ich gerne zu. Ich bin der Meinung, wenn wir das hinkriegen, dass politisch und am besten gesamtgesellschaftlich, wenn ich die gleichen Fragen stelle, dann als Antwort käme immer der Naturschutz, dann hätten wir weniger Klimaprobleme, dann hätten wir weniger Wasserprobleme, dann hätten wir in vielen Bereichen weniger Probleme, aber wir hätten auch manches nicht. Wir müssten ein bisschen umdenken vielleicht. Wir müssten an das Zeitmanagement nochmal, also Zeitwohlstand, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, emotionaler Wohlstand, wenn wir mehr, ich sage immer so ein bisschen flapsig Grünzeug, ich meine das natürlich viel ernster, als es sich vielleicht anhört, also sich in der grünen Natur zu ergehen, hat auch emotional, psychologische Aspekte. Da wird auch viel zu wenig drüber gesprochen. Gehen Sie mal durch eine zugebaute Stadt, wie gut es Ihnen da geht, so unabhängig von der Temperatur und gehen Sie mal durch den Natur einen Anwalt, wie es Ihnen da geht. Und also vielleicht müsste man zwangsweise mehr Leute da hinschicken, um den Unterschied zu sehen, aber ich bin total bei Ihnen, wenn wir Naturschutz mehr Priorität einräumen würden, hätten wir manche Probleme nicht, ist aber leider nicht so, weder im politischen Raum noch im gesamtgesellschaftlichen. Ich muss ein zärtliches bisschen widersprechen. Zärtlich dürfen Sie immer widersprechen. Halberstadt, Volkshochschul, Halberstadt, Quedlenburg, Wernigerode, Volkshochschulprogramm an, im letzten Sommer, als wir alle ja immer noch nicht raus durften, aber es so losging mit die Natur zu erleben. Plötzlich ständig Achtsamkeitswanderungen, Waldbadenwanderungen in den Programm. Also ich finde, das stimmt, das stimmt. Viele haben das überhaupt nicht erkannt, wie schöne Straße mit Bäumen ist, hat acht Grad weniger Temperatur, aber das andere ist wirklich, das ist gewaltig sich am Entwickeln. Wenn ich in einen zärtlichen Dialog gehen darf in dem Kontext, wie viele von den Waldbadenden haben wie viel Quadratmeter naturnahen Wald mehr geschaffen? Nein, aber die Einstellung, den Dialog verändert dadurch. Ich finde, das gehört zusammen. Ich finde das auch toll, nicht, dass wir uns da missverstehen. Ich glaube, wir können den Dialog auch gleich noch nach dem Podium weiterführen. Ich habe aber jetzt noch für jetzt aus dem Podium zwei Stimmen, einmal von Justus, einmal von Luca und dann habe ich noch eine letzte Frage hinten vom Herrn in Grau und dann würde ich sagen, beenden wir das Format langsam auch mal, um uns dann noch mal im Ausstellungsraum vielleicht noch mal zu ein paar Dialogen zusammenzufinden. Aber erst mal das Wort an dich, Justus. Ja, ich würde gerne noch mal das Natur gegen Wirtschaft, was hier gerade so ein bisschen aufgemacht wurde, aufgreifen und wer gewinnt, der Naturschutz oder das Geld, ganz platt gesagt. Und ich denke, was wir an der Stelle gebrauchen könnten, wäre eine andere Definition oder ein anderes Verständnis von Wohlstand. Ein anderes Verständnis von Wohlstand und ein anderes Verständnis von Wachstum. Weil, was ist eigentlich Wohlstand? Momentan, wenn wir sagen, wir haben ein Wachstum und es geht uns besser, woran denken wir? An die ökonomische Kurve, die hoch geht, an die Einnahmen. Und genau davon müssen wir wegkommen. Weil es ist eben nicht der Fall, dass, wenn es der Wirtschaft gut geht, uns allen gut geht. Es ist mittlerweile leider oftmals völlig losgelöst voneinander. Und wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, unser Wohlstand ist auch unsere Natur, unser Wohlstand ist auch unser Wald, unser Wohlstand sind auch unsere Feuchtgebiete, unser Wohlstand ist auch unsere psychische Gesundheit, weil wir in einer Stadt leben, die nicht irgendwie zehn Grad wärmer ist, als sie sein müsste. Und weil ich, wenn ich nach draußen gucke, ich nur auf Betonwände gucke, sondern vielleicht irgendwie auf einen Baum und wenn ich Glück habe, ist da ein Vogel drin, der ein Nest macht, das ich beobachten kann, dann kommen wir damit, glaube ich, schon mal ziemlich viel weiter. Weil dann müssen wir auf einmal nicht mehr sagen, okay, wir müssen jetzt die Gesetze schaffen, wir müssen darauf pochen, wir müssen dafür kämpfen, weil wenn wir an einen Punkt kommen, an dem wir unseren Wohlstand anders definieren, dann sind wir auch automatisch an der Stelle, wo Leute andere Wege gehen, weil auf einmal ist das Ziel nicht mehr nur das Geld, das in meiner Tasche ist, sondern am Ende ist das Ziel ein umfassenderes Verständnis von Wohlstand. Und dazu gibt es auch mittlerweile in der Wirtschaftswissenschaft Theorien, die nennen sich Postwachstum, da gibt es ganz viel zu einer berühmten Wissenschaftlerin aus Deutschland, das ist Maja Göpel, der Name ist wahrscheinlich auch schon einigen bekannt hier, aber diese Ideen sind schon da. Sie werden nur momentan relativ klein gehalten, weil es gibt eben Interessen dahinter, dass die Idee von Wohlstand so bleibt, wie sie ist. Alles bleibt, wie es ist, aber ich denke, wenn wir uns selbst die Frage stellen, was ist Wohlstand für uns, wie denken wir darüber nach, dann kommen wir an einem gewissen Punkt automatisch dahin, dass wir die Frage, wer gewinnt, Natur oder der Wohlstand, uns so gar nicht mehr stellen müssen, weil auf einmal ist die Natur der Wohlstand. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Danke, ich schließe mich da auf jeden Fall auch, Justus an und würde noch einmal das Wort an Luca geben. Tatsächlich wurde jetzt genau das gesagt, was ich sagen wollte, dass Naturschutz nicht nur Naturschutz ist, sondern auch Menschenschutz und dass man den Dialog dahin wenden muss, dass es nicht eine Entscheidung ist, sondern eigentlich Hand in Hand. Klasse, okay, super, dann hat das an der Stelle gerade gepasst. Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, würde ich auch nur eine kleine Mini-Anekdote auch noch hinzufügen. manchmal lohnt es sich vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und wir reden heute auch über globale oder haben über globale politische Ökonomie geredet und es lohnt sich vielleicht auch noch mal zu schauen, wie Natur und Wirtschaft und zum Beispiel Landwirtschaft und Natur in anderen Regionen der Welt manchmal in Einklang gebracht wird, wo es doch eigentlich im Gegensatz zu sein scheint. Beispiel großes Bruch hier zwischen Hü und dem nächsten Höhenzug. Feuchtgebiete gelten als landwirtschaftlich total unproduktiv. Ich erinnere mich nur, während meinen Reisen unter anderem mal vor sechs Jahren in Myanmar an einigen großen Seen und Mooren und Feuchtgebieten vorbeigekommen zu sein, auf denen schwimmende Felder quasi angewendet wurden und die Bauern dort auf dem Wasser gelebt haben im Endeffekt und ihre Felder immer herumgezogen haben und das ist jetzt nur eine Anekdote, hat dort prima funktioniert, könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch in einem deutschen Feuchtgebiet anwendbar wäre, aber man müsste wahrscheinlich da ja erstmal sich mit Landwirtinnen und Landwirten zusammensetzen und ihnen diese Idee näher bringen. Das ist wahrscheinlich die größere Herausforderung. Um abzuschließen, würde ich sagen, noch einmal kurz der Herr in Grau, danach noch letzte Worte von Karin Halleger. Also ich wollte eigentlich nur noch eine Anmerkung machen zum großen Bruch, weil das ist auch beispielhaft eigentlich, wie das alles so funktioniert. Das große Bruch war ja vor 500 Jahren noch unser größter Wasserspeicher hier. Es ist sukzessive über 500 Jahre so langsam trocken gelegt worden, vor allen Dingen für Viehzucht. Also das ging landwirtschaftlich, ackerbaulich überhaupt nicht zu nutzen. Das geht erst seit Justus von Liebig zu nutzen, also seit der Kunstdünger eingeführt worden ist und bei Untersuchungen zu einer Ausstellung in Röderhof zu Turmspiegel der Landschaft haben wir das große Bruch bereist und haben das große Bruch fotografiert und haben festgestellt, kaschiert, eine riesenhafte technische Anlage gigantischen Ausmaßes. Die Entwässerung des großen Bruchs, die mit Millionen von Geldern jährlich aufrechterhalten werden muss. Nur um sie zu düngen und etwas zu gewinnen, was soll es im Grunde genommen? Also die einfachste Lösung wäre, die Schotten dicht zu machen im Bruch. Ja, und die Schotten dicht machen würde bedeuten, das Bruch würde sich wieder mit Wasser füllen und das Bruch würde sogar wieder bewachsen, es würde wieder ein riesen Auenwald entstehen, unvergleichlich großer Auenwald. Und das wäre natürlich hier eine tolle Sache, um diesen Dingen Naturschutz und Menschenschutz in Einklang zu bringen. Vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses großartige Schlusswort. Dann würde ich sagen, beenden wir den offiziellen Teil der Veranstaltung hier mal. Ich möchte aber vorher noch kurz ein paar Danksagungen nachschieben, die mir leider am Anfang entfallen sind. Und zwar einmal möchte ich mich noch bedanken bei Lieder in der Region Hü, sowohl als auch beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt und dem Europäischen Sozialfonds, der dieses ganze Projekt Projekt und diese Podiumsdiskussion mitfinanziert hat, sowie auch noch dem Verein Demokratietalks und dem Verband für ländliche Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt Werniger-Rode. Vielen, vielen Dank für diese ganze institutionelle Unterstützung. Jetzt würde ich sagen, begeben wir uns alle vielleicht gleich nochmal, wer Lust hat, in den Ausstellungsraum, finden uns zu Dialogen oder Trialogen oder Gruppen zusammen. Wer möchte, es gibt auch noch Kaffee, soweit ich weiß und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch von meiner Seite aus für die Aufmerksamkeit, für die Fragen, die Interaktion, für an alle Rednerinnen und Redner auf dem Podium. Vielen, vielen Dank für das Kommen, für die Partizipation und damit war es das von meiner Seite. Vielen, vielen Dank und wenn Karin Heiliger noch Worte hat, dann gerne jetzt noch einmal. Hallo, ich wollte nur einmal kurz den Bogen spannen jetzt. Ich stelle immer fest, ich gehe in so eine Diskussion rein und mir schwirrt irgendwann der Kopf und dann komme ich wieder zurück zu dem, was wir mehrere von uns hier initiiert haben. Ich komme zurück auf keine Hand breit Wasser und stelle fest, dass so eine Aktion, wie wir sie jetzt wirklich auf die Beine gestellt haben, ich bin auch ein bisschen mitstolz, eben halt einen Anlass gibt für eben diese Podien, für diese Menschen, die hier kommen, die sich die Boote angucken, die Scheune angucken und anfangen nachzudenken. Und das Zweite, was mir noch einfiel, ist die Sache, dass all diese Dinge, all dieses Verhalten einer gewissen Mode unterworfen sind. Und wenn ich überlege, was wir in den Zeiten gemacht haben, in denen wir so alt waren wie ihr, da hat sich einiges entwickelt und ich glaube, in den Köpfen entwickelt sich viel, wenn wir meinetwegen, also ich hatte auch das Beispiel von der Liebfrauenkirche mit den Rabatten und wenn wir einfach irgendjemandem sagen, der sagt, das ist ja nicht gemäht, wie sie das gerade sagten, wenn wir dem sagen, ey, nee, wir machen jetzt eine Bienenwiese oder wir machen eine Blumenwiese oder was auch immer, das sieht doch viel schöner aus, dann fängt jemand darüber an nachzudenken und diese Samenkörner, die müssen wir streuen und die müssen wir immer weiter streuen und dann können wir Leute positiv mitnehmen und die Leute wählen möglicherweise auch anders und dann können wir auch im großen Ziel was erreichen. Das war jetzt, wollte ich gerne nochmal als vielleicht positives Schlusswort sagen. Danke. Dann können wir jetzt eigentlich uns alle erheben und vielleicht renaturieren wir ja den großen Bruch. Mal sehen. oder planen das. Oder planen das.